Herzlich willkommen im Nachtcafé. Hallo. Dankeschön. Was brauchen wir, um glücklich zu sein, liebe Zuschauer? Danke. Für die einen ist es die Villa am Meer, andere brauchen überhaupt keinen Luxus und suchen das Glück zum Beispiel in der Partnerschaft und wieder andere laufen dem Glück ein Leben lang erfolglos hinterher. Was ist der Schlüssel zum Glück? Das ist unser Thema heute im Nachtcafé und wir begrüßen gleich, und ich muss das jetzt richtig sagen, weil der Titel ist wichtig, Konsul Hans Hermann Weiher, Graf von York. Herzlich willkommen. Adels- und Doktorentitel sind für Sie seit Jahrzehnten ein blühendes Geschäft, mit dem Sie ein Vermögen verdient haben. Ein weiteres, vielleicht Ihr größtes Glück in Ihrem Leben, war die Begegnung mit der Diplomatentochter und heutigen Gattin Christina. Was aber genau die Glücksformel für Ihr feudales Leben ist, erfahren wir von Konsul Weiher und seiner Frau, der Schönheitschirurgin Dr. Christina Weiher. Noch mal herzlich willkommen im Nachtcafé. Ein Sportwagen, eine Yacht, ein Privatjet, Schwester Hanna-Maria, all das sind Dinge, die für Ihr persönliches Glück überhaupt keine Bedeutung haben. Denn bereits mit 23 Jahren haben sie sich entschieden, ich will mich zu 100 Prozent dem Glauben verschreiben und sind ins Kloster gezogen. Ich begrüße ganz herzlich Schwester Hanna-Maria Greif zu. Günter Krabbenhöft. Ruhe hinter Klostermauern, das wäre garantiert nichts für Sie, denn Sie lieben das Dröhnen der Bässe. Wenn Sie ins Berliner Nachtleben eintauchen und zum Elektrobeat tanzen, dann ist das für Sie das pure Glück. Bis zur Rente waren Sie Kantinenkoch, jetzt endlich können Sie tun und lassen, wozu Ihnen gerade der Sinn steht. Bei uns im Nachtcafé Günter Krabbenhöft. Ihnen, K. Sandens, steht der Kopf nicht nach Szenediskus. Für Sie bedeutet Glück, wenn Sie weichen Sand unter den Füßen spüren, wenn Ihnen der Wind von Freiheit um die Nase weht und Ihre Kinder lachen. Wovon andere nur träumen, haben Sie umgesetzt. Vor 20 Jahren kehrten Sie Ihrer schwäbischen Heimat den Rücken. Seitdem reisen Sie samt Großfamilie durch die Welt. Herzlich willkommen, K. Sandens. Ein glücklicher, entspannter Lebensabend sieht anders aus, Marion Zeuge. Sie müssen nach 45 Arbeitsjahren mit Ihrer kargen Rente auskommen. 4,80 Euro bleiben Ihnen pro Tag. Da ist weder an einen Theaterbesuch noch an ein neues Kleidungsstück zu denken. Mit Ihrem Schicksal stehen Sie für Zehntausende Armutsrentnerinnen und Armutsrentner in Deutschland. Ich begrüße ganz herzlich Marion Zeuge. Was sind die Zutaten fürs pure Glück? Ist es die Liebe, das Geld oder das Gefühl von Unabhängigkeit? Dr. Hans-Otto Thomashoff, Sie beschäftigen sich schon lange mit der Glücksforschung. Warum wir ständig auf der Suche nach dem nächsten Kick in unserem Leben sind und welche Säulen für ein Leben in Zufriedenheit wirklich wichtig sind, das erfahren wir heute Abend von Psychiater Dr. Hans-Otto Thomashoff. Herzlich willkommen. Schwester Hanna-Maria, ich glaube, wenn viele hier hören, Sie ziehen ins Kloster, dann denken die an Zurückgezogenheit, vielleicht sogar an Einsamkeit. Wie wichtig ist Ihnen, so der Kontakt zu Leuten auch außerhalb der Klostermauern zum Glücklichsein? Also, wir sind ja nicht das klassische Kloster, was so hinter Klostermauern lebt, sondern wir sind eine aktive Gemeinschaft und wir sind auch so mitten in der Welt und mir persönlich ist es wichtig, auch die Begegnung mit den Menschen zu haben draußen und nicht nur so ganz zurückgezogen zu leben. Wobei das schon natürlich auch ein Fundament ist. Aber das nach draußen gehen und Kontakt haben, ist mir sehr wichtig auch. Sie leben mitten in der Welt, wie Sie sagen. Sie reisen mit Ihrer Familie um die Welt, Car Sundance. Sundance ist ja ein Künstlername. Warum trifft Sonnentanz das? Warum passt das? Das hatte die Geschichte, dass ich früher, als ich noch nicht Papa war, ein wildes Leben geführt habe und getrunken habe und Partys gemacht habe und geraucht habe. Und wir dann auf der ersten großen Reise nach Südamerika unser ältester Sohn sich angekündigt hatte. Und dann sind wir nach Hause und ich habe halt das Trinken und Rauchen aufgehört, weil ich gerne meine Frau da unterstützen wollte in der Schwangerschaft, um klar zu sein. Und unsere ganzen Freunde zu Hause, das hat keiner so richtig verstanden. Und alle haben gedacht, die zwingt mich dazu, meine Frau, oder ich wache schon wieder auf davon. Und als das irgendwie nicht angekommen ist bei meinen Freunden, ich war noch sehr jung, als ich meinen ersten Sohn, als wir eine Familie gegründet hatten, war das so ein Zeichen für mich. Ich sage, hey, für mich beginnt ein neues Leben. Das ist ein neues Leben, das ich erstatte. Und das ist jetzt das Zeichen, das ich damit setzen will, dass ich meinen Namen ändere. In Sundance steckt ja auch das Wort Tanz, das für Sie sehr wichtig ist. Herr Krabbenhoeft, Sie waren aber auch jahrzehntelang Koch und machen jetzt mehr so die Berliner Club-Szene unsicher. Waren Sie jemals im Leben glücklicher als heute? Es gab immer längere Phasen des Glücks. Ich meine, Glück ist ja auch kein Dauerzustand, sondern eher so Momente. Aber jetzt ist es nochmal was ganz anderes. Und ja, ich habe mich auch gewundert, dass irgendwie, als ich das erste Mal dann in so ein Techno-Tempel gegangen bin, wo ich auch am Anfang so das Gefühl hatte, ey, wenn ich da aufkreuze, dann sagen die jungen Leute vielleicht, was will denn der Alte hier? Der kriegt gleich einen Herzkasper und dann ist unsere Party zu Ende. Aber es war eigentlich gar nicht so. Und wir haben gesagt, hey, klasse, dass du da bist. Das war dann eine Offenbarung. Und dann erinnerte ich mich dran, wenn ich früher meiner Tochter immer gesagt habe, ey, kannst du mal die Bässe rausnehmen, wenn sie Musik gespielt hat? Und heute weiß ich, sie müssen fett sein und das muss wabern und das muss... Und ich gehe da raus und gehe dann wie ein Luftkissenboot nach Hause, zehn Zentimeter über der Erde und dachte, wow, ich lebe und das ist so schön. Und es ist wunderbar. Ist doch herrlich, wenn man das so sagen kann. Frau Zeuge, ich habe ja schon gesagt, Sie haben jahrzehntelang hart gearbeitet und jetzt müssen Sie wirklich mit jedem Cent rechnen. Was brauchen Sie? Sie haben schon gesagt, es sind manchmal nur Momente, das Glück. Aber was brauchen Sie, um glücklich zu sein? Also, ich habe mir vor acht Jahren... Ich lebe alleine seit 20 Jahren und habe mir vor acht Jahren eine ehrenamtliche Tätigkeit gesucht, um rauszukommen. Und hatte überlegt, ja, entweder Kinder, aber das wäre mir zu anstrengend gewesen. Und habe mich jetzt für ältere Menschen entschieden seit acht Jahren und bin in einem Grunewald tätig, in einem Seniorenclub. Das gehört dem Senat an. Und da kommen sehr viele Menschen ab 50 plus und überwiegend aber ältere Menschen und überwiegend auch jetzt arme Rentner, denen es so geht wie mir. Und ich kann mich da sehr gut einfühlen. Und ja, das gibt mir Kraft, das macht mir Freude, mit älteren Menschen und Menschen zu helfen. Ist schön zu hören, dass Ihnen das so viel gibt. Vielen Dank. Herr Thomashoff, wenn wir über Glück sprechen. Ich kenne Leute auch privat, die führen dann am Ende des Tages so eine Dankbarkeits- oder Glücksliste und schreiben sich so auf, was so den Tag über sie bereichert hat. Macht es Sinn, so was zu machen? In der Weise macht es Sinn, dass wir uns ja bewusst machen sollen, wie wir leben. Ich glaube, die bewusste Lebensgestaltung, das ist mir so ein wesentliches Anliegen, dass wir verstehen, was wir brauchen, um uns wohlzufühlen, damit wir bewusst dafür sorgen können, im Rahmen natürlich unsere gegebenenfalls auch engen Möglichkeiten. Aber dass wir ganz bewusst schauen, wie wir unseren Tag, wie wir unser Jahr, wie wir unser Leben gestalten. Und in dem Sinne kann das durchaus Sinn machen. Konsul Weyer, Graf von York, welche Anrede ist Ihnen denn am liebsten, wenn man es jetzt mal kurz machen möchte? Mit Exzellenz liegen Sie richtig. Mit Exzellenz, ja wunderbar. Würden Sie sich als glücklichen Menschen beschreiben? Rundrum glücklich, ja. Gehen Sie da mit? Natürlich, ich wäre ja verrückt, wenn ich nach 26 Jahren glücklicherfüllter Ehe das verneinen würde. Wie wichtig ist Ihnen auch so ein gemeinsamer Humor, dass Sie über die gleichen Dinge lachen können? Ja, das sagen alle glücklichen Ehepartner, dass Humor ein wesentlicher Teil ist. Und wir möchten auch, machen das auch, wir geben einen großen Teil unseres Glücks weiter, in dem wir zum Beispiel riesige Spenden an UNICEF machen. Und heute Abend möchte ich gerne Gelegenheit nehmen, wo ich die Geschichte von Frau Zeuge gehört habe, möchte ich ihr ein Abonnement für welches Theater Sie wollen in Berlin, ich bin nämlich Berliner, möchte ich Ihnen schenken. Oh, da freu ich mich. Frau Bezislampe-Stroff, danke. Vielen Dank. Das freut mich sehr. Wir wollen ein bisschen Glück auch verteilen, denn es gibt ja nichts Schöneres, Glück zu geben und dann das wiederheilen zu lassen. Das kommt auf einen zurück. Kommen wir doch mal zu dem, was Sie überhaupt so zum Spendieren gebracht hat, denn von nichts kommt ja nichts. Sie sind Titelhändler. Ja, das ist kein schönes Wort. Ich vermittle... Wie würden Sie das? Titelvermittler? Ja. Titeldealer hört sich aber noch schlechter an. Nein, 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 das ist fürchterlich. Dann werden Sie der Erste, der das sagt. Komm bitte, der Letzte. Neue Kreation. Also, ich habe 32 Staatspräsidenten an der Hand. An der Hand? An der Hand, ja. Die machen, was ich sage. Oh! Und Sie wissen, es gibt meistens kleine Länder, die haben kein eigenes Geld für Diplomaten. Und dann gibt es den Beruf Honorarkonsul. Den habe ich mehr oder weniger mit erfunden. Und das Auswärtige Amt gibt bis heute ein Buch raus, jedes Jahr neu. Da steht Konsul in Klammern W. Jetzt denken jeder, dass alle Konsulen von mir sind. Das ist aber nicht so, sondern das heißt Konsul, Wahlkonsul oder Honorarkonsul. Das ist dasselbe. Wenn ich jetzt Honorarkonsul werden will, aus irgendeinem Grund wäre mir das jetzt wichtig. Ja. Wie viel würde ich Ihnen da auf den Tisch legen müssen? Ja, es kommt aufs Land an. Also, es geht los bei 80.000. Und ich bin bescheiden, ich verteile mit dem Präsidenten halb und halb. Würden Sie sich denn einen Titel kaufen wollen? Auch das kann ich ja nur für Nein. Ich habe ja für meinen Titel selber arbeiten wollen, nicht müssen. Mein Mann hatte zur Hochzeit gesagt, ich gebe dir gerne den Doktortitel, wann immer, wie immer du möchtest. Aber mein Vater hat als schlesischer Flüchtling mir wirklich mitgegeben, lebe so nach bestem Wissen und Gewissen. Denn er hatte mir das vorgelebt und hat es bis zum bundesdeutschen Botschafter geschafft. Und darum wäre es mir wirklich nie, auch trotz dieses großzügigen Angebots, in der Hochzeitsnacht nie in den Sinn gekommen, das anzunehmen. In der Hochzeitsnacht hat er Ihnen ein Titelangebot gemacht. Ja, ja, ja. Ich dachte, da hat man ein ganz anderes zu tun. Die lachen sehr lang danach. Ach so, ich dachte schon. Deswegen ist es bei uns nie langweilig. Ich habe uns ja auch noch andere Dinge unterhalten, um Ihre Frage zu beantworten. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, das selber zu machen. Es ist einfach ein anderes Gefühl, dass man selber erarbeitet hat. Da kann man ein bisschen stolz drauf sein. Es ist nicht das Wichtigste. Ich will damit nicht sagen, dass mir Titel nicht wichtig sind. Mir war es so wichtig, ihn selber zu machen, aber nicht als Geschenk, als Morgengabe mit auf dem Weg. Sie haben ja gesagt, Sie haben Humor. Sie lachen über gleiche Dinge. Amüsieren Sie sich dann auch über die Leute, die da so viel Geld hinlegen, um da so einen Titel zu kaufen? Ich bitte Sie zu verstehen, jemand, der mir ein sorgloses Leben bereitet und viele Millionen eingebracht hat, den kann ich ja nicht auslachen. Aber amüsieren kann man. Amüsieren zur rechten Zeit. Aber es ist ganz einfach so, ich darf noch eine Anekdote erzählen. Als meine Frau promoviert hat, stand ich mit laufendem Motor vor der Klinik in München. Und da kam der Professor und sagte, bekommen Sie hier ein Kind? Nein, sage ich, wir wollen ... Das war ein gynäkologisches Thema. Und da habe ich gesagt, nein, aber gehen Sie mal rauf, Professor, und gucken Sie mal, wann meine Frau fertig ist. Und da hat er aus dem Fenster gerufen, weil er ein alter Fan von mir war. 1,2, alles okay. Also den direkten Kontakt auch da gepflegt. Auch da gepflegt. Sie sind als Diplomatentochter aufgewachsen, sind also auch da schon um die Welt gereist, sind Schönheitschirurgin. Sie haben schon gesagt, Sie sind 27 Jahre jetzt? Ja, 27 Jahre. Erste Mal für beide, lege ich Wert drauf. Wie viele Tage haben Sie nicht zusammen verbracht in dieser Zeit? Oh, wenige. Acht oder neun Tage. Wie viel Wert oder wie wichtig sind solche Partnerschaften, sind Bindungen, müssen ja nicht immer Ehe sein, um Glück zu empfinden? Also wenn man sich anschaut aus der Hirnforschung, was die wesentlichen Dinge sind, um glücklich oder zufrieden zu sein, steht Bindung, steht Beziehung an erster Stelle. Das kann man sagen, machen Sie wirklich richtig. Das ist toll, bewirken, selber den Doktor machen, ein zweiter würde ich sagen, also auch das ganz passend. Also das sind die ganz wesentlichen Bausteine und das ist, was ich vorhin meinte, die sich bewusst machen, wie wir leben. Das ist ein Punkt, der heutzutage in der Gesellschaft, gerade was die Bedeutung von Beziehung angeht, viel zu sehr vernachlässigt wird. Wir jagen dem schnellen Glück hinterher, dem Kick hinterher, wollen unser Belohnungssystem immer wieder zünden. Das kann schön sein, auf der Wolke durch Berlin zu schweben, aber auf Dauer das, was uns das Leben wertvoll macht, sind die Beziehungen, die wir leben. Und das ist ja vielleicht auch das, was uns alle, die wir hier sind, ein Stück weit eint, denn es ist ja ein bunter Haufen hier. Also wenn man sagen würde, das sind die Vorschläge für jeden von uns hier im Publikum, wie wir leben sollten, um zufrieden zu sein oder glücklich zu sein, wird den wenigsten möglich sein. Und ich denke, Zufriedenheit entscheidet sich wirklich im Alltag. Also jeder von uns hier kann, wenn er sich mal bewusst anschaut, wo lebe ich Beziehung, wie lebe ich Beziehung, wo schaffe ich mir Felder aktiv etwas zu bewirken, wo achte ich darauf, dass mein Stresshaushalt nicht überhand nimmt und wo habe ich für mich einen Lebensentwurf, der stimmt. Wenn diese vier Säulen berücksichtigt werden, kann jeder dafür sorgen, doch eine ganze Menge dafür zu tun, ist er zufrieden. Wenn Beziehungen wichtig sind, auch über die Ehe hinaus, Sie haben ja zig Leute kennengelernt. Ja, es gibt ja Fotos mit allen möglichen Hollywoodstars, da fehlt ja kaum einer. Sie sind ja noch so wirklich auch Mitglieder des Jet-Sets, wenn man so will. Sind das denn Beziehungen oder trifft man sich und geht wieder, lacht ein bisschen und ist dann wieder weg? Also das ist mehr ein Tett-à-Tett und diplomatisch Zusammenkommen auf dem Internationparkett, muss man ganz ehrlich sagen. Wo wir hier im Wohnzimmer sind, möchte ich hier keinen anbögen. Wir sind hier im Wohnzimmer. Doch, doch, und das muss man ganz klar trennen. Das Einzige ist natürlich die Kundschaft meines Mannes auf der einen Seite, das ist ein Separé sozusagen, das andere sind die Kontakte, die man pflegen muss auf sozialem Niveau, aber die Freundschaften, das sind wirklich fünf oder sechs Freundschaften einer Hand, die wir haben. Ganz, 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 ganz wenige. Ich darf noch dazu sagen, sechs dieser superreichen, prominenten Hollywood-Schauspieler, die haben wir durch meine Branche kennengelernt. Die laufen bis heute mit einem gültigen Diplomatenpass rum, was für die natürlich auch steuerlich günstig ist. Also Sie sehen, man verknüpft die sozialen Kontakte. Sie sind kein Dealer, aber es geht schon um Deals. Man macht schon Deals. Mein lieber Herr Steinbrecher, auch durch Wiederholungen wird es nicht wahr sein. Okay, ja, ja, ja. Und seit Trump ist das Deal machen. Genau. Aber bleiben wir bei den Amerikanern. Dort wird ja ganz offen darüber geredet, wie viel man verdient. Ja. Das finde ich auch richtig. Sie sind doch ein Mann vom Welp. Wollen Sie es dann eben jetzt mal erzählen? Ja. Ja. Wir haben es. Also ich erzähle es gerne. Sie erzählen es sehr gerne. Als ich Abitur gemacht habe, oder ein Jahr früher, da konnten sie mich nicht aus dem Kopf stellen. da haben die Leute, die jetzt große Firmen leiten, noch alle bei mir abgeschrieben. Ich hatte zwar überhaupt kein Geld und habe von reichen Mitschülern, weil ich älterer Freund war, im Internat die Pakete aufgemacht. Und wenn der Internatsleiter gesagt hat, das ist unglaublich, was die da machen, da habe ich gesagt, das ist eine erzieherische Maßnahme, der so und so ist sowieso zu dick. Und so wusste ich mir immer zu helfen. Und dann geschah Folgendes, dass Herr Grundig, den Sie ja alle kennen, der hat gesagt, ich habe einen ganz reichen Vater, aber ich habe, der ist so geizig, aber der ist unglaublich scharf, ein Wahlkonsulat zu haben. Und dann habe ich meinen Stiefvater, der meine Mutter in zweiter Ehe geheiratet hat, während mein Vater in Gefangenschaft war übrigens, habe ich dann den gebeten, ob er mir als Generalmajor, Stadtkommandant von Berlin, ob er mir einen Titel besorgen könnte. Da war ich immerhin 17 Jahre alt, vor dem Abitur. Und da hat er mir als fremder Mann, neu in der Familie, hat er mir eine geklebt. Und hat gesagt, Titel kann man nicht kaufen, die muss man verdienen. Und dem habe ich dann das Gegenteil bewiesen. Und das war der Anfang? Indem ich 600 Konsulate gemacht habe und 300 Doktorhunde Roskosa. Und das heißt, das war der Anfang? Sie kamen also aus nicht einer wohlhabenden Familie sozusagen? Wir haben ein 24-Zimmer-Haus gehabt. Ach ja. Aber mein Vater war... Das geht ja dann doch. Mein Vater war in Gefangenschaft. Und wir hatten in diesem 24-Zimmer-Haus keinen Koks zu heizen. Und nichts zu essen. Und da ist meine Mutter zum britischen Stadtkommandanten gegangen. Und da hat er gesagt, passen Sie auf, Sie kriegen alles von mir. Und Ihr Mann wird wohl nicht wiederkommen aus der Gefangenschaft. Er ist Personalchef im Reichstufs- und Ministerium. Sie können mich heiraten. Lange Rede, kurzer Sinn. Herr Konsul, aber Sie wissen schon, dass ich ursprünglich gefragt hatte, wie hoch das Vermögen ist. Ja. Keine Sache. Sie hatten ursprünglich gesprochen, wie die Beziehungen sind. Ja, ja, ja. Das haben wir auch noch nicht zu Ende debattiert, mein Lieber. Versuchen wir es anders einzukreisen. Sie haben ja ein Penthouse in Rio. In Rio, ja. Sie haben, glaube ich, so neun, zehn weitere Wohnsitze. Ja. Sie haben eine Jacht. In aller Bescheidenheit. In aller Bescheidenheit. Rio ist unser Hauptwohnsitz. Ja, okay. Sie haben in aller Bescheidenheit auch eine Jacht. In aller Bescheidenheit auch einen Hubschrauber. Zwei Hubschrauber. Zwei, Entschuldigung. Zwei Hubschrauber. Für den Gegenverkehr. Für den Gegenverkehr. Dann eine Insel. Ja, die heißt ... Bei Rio. Bei Rio. Angra dos Reis. Und dann haben Sie sich jetzt zum Geburtstag auch noch ein Privatjet geschenkt. Für über 20 Millionen. Ja, das war mein großer Traum. Seit 30 Jahren pflege ich. Bin schon mal vom Finanzamt weggeflogen. Und das war mein Traum, den ich als Pilot gerne mehr erfüllen wollte. Dass Sie noch schneller vom Finanzamt wegkommen sind. Nein, das ist erledigt. Des Finanzen kann mir nichts mehr tun, weil ich akkreditiert bin als Botschafter in Brasilien. Und was gibt Ihnen das jetzt? Also, man fragt sich natürlich, wenn Sie jetzt schon drei oder vier Wohnsitze haben, was bringt dann noch der vierte, fünfte, sechste, siebte? Gibt das noch Glück? Wenn wir aufhören, Wohnsitze zu besorgen, dann altere ich, wissen Sie? Ah, okay. Und deswegen, es gibt ja viele schöne Gegenden und es ist auch nicht so, dass die alle leer stehen, sondern ist zum Beispiel, wir haben einen Wohnsitz in Monte Carlo und der wird an einem deutschen neureichen Geldsack vermietet. Hoffentlich hört er nicht zu. Ja, wollte ich gerade sagen. Er nennt keine Namen. Das sind die netten Mieter. Ja, das sind die netten Mieter. Und der zahlt in einem Monat, wenn die Formel 1 ist und die Filmverspiele in Cannes, dann zahlt der so viel, dass wir die Unkosten für das ganze Jahr raushaben. Haben Sie ein gutes Geschäft gemacht? Ich muss eins korrigieren. Ich muss eins sagen. Sie haben jetzt all die materiellen Dinge aufgezählt, wie eine Perlschnur. Völlig losgelegt. Losgelöst und von all diesen Dingen, die Sie jetzt aufgezählt haben, haben wir ein bravartes Glück, dass wir sicherlich auch in einer kleinen Hütte leben könnten. Und das ist das Schöne. Und das ist das eigentliche Glück. Wir haben das Thema Schlüssel zum Glück. Der Schlüssel zum Glück ist in der inneren Zufriedenheit. Die muss man nicht notwendigerweise an diesen Dingen festmachen, die Sie gerade so schön protokollarisch aufgezählt haben. So schön, wenn Sie da sind. Natürlich ist es ruhiger einzuschlafen, wenn man ein Bett und ein Nest hat, was gemacht ist. Aber wenn Sie das Gefühl haben, Sie können ohne all das, genau die gleiche Diskussion mit dem Doktortitel, wenn Sie das alles wegzaubern würden und das Gefühl haben, ich würde trotzdem glücklich sein mit meinem Mann in der Hütte, das ist doch eigentlich das schönste Glück, oder nicht? Ist das so, oder nicht? Wie viel... Das hat man so gestehen. Wie wichtig ist Geld? Wenn wir jetzt schon dabei bleiben, wir wollen es nicht überhöhen, wir wollen es aber auch nicht reduzieren. Wie wichtig ist Geld für ein gutes Leben? Da gibt es sehr klare Studien, die gehen davon aus, dass ungefähr 100.000 Euro oder Dollar im Jahr das Limit sind, wo man sich dann sorgenlos fühlen kann einigermaßen. Ab danach wird es Spielerei, könnte man etwas salopp sagen. Und da wird was sehr Schönes auch sichtbar, nämlich, dass unsere Psyche zur Selbstverstärkung neigt. Was wir einmal einschlagen, einen Weg, der läuft ganz von alleine, so wenn wir nicht bewusst Stopp sagen, immer weiter. Und das ist ein schönes Beispiel. Sie sagen, ich will immer weitermachen, noch eine Wohnung hier, da und dort. Sonst habe ich das Gefühl, ich bleib stehen. Also, das ist ganz typisch für die Art, wie wir ticken. Frau Zeuge, wir sind ja jetzt hier in der Welt der Schönen und Reichen. Ja. Auch wenn Sie nicht viel Geld haben und ja jetzt um jeden Cent rechnen, interessieren Sie sich für diese Welt? Ja. Lesen Sie die Zeitschriften? Kannten Sie Herrn Konsul? Ja. Ja? Wer mich nicht kennt, liest den Zeugen und ... Wie ist das bei Ihnen? Zeugen Jehovas Wachung. Hat er Sie auch begleitet? Ja, ich bin mit ihm gealtert, natürlich. Ich kann nur sagen ... Sie sind jung geblieben! Sie sind jung geblieben! Ja, aber das ist da drin. Ich bin mit ihm jung geblieben. Sie sind jung geblieben mit uns. Ja, aber keiner sind da drin. Sie sind ja jung geblieben. Aber es ist natürlich ... Ich staune dann immer wieder. Früher, wenn ich da drauf geschaut habe, habe ich gedacht, das ist eine andere Welt. Und ich staune irgendwie, dass irgendwie auch das Alter ähnlich ist. Da habe ich gedacht, oh, irgendwie, das habe ich zu der Zeit nicht mitbekommen. Aber ich habe das natürlich immer sehr verfolgt. Also, ich meine, dem konnte man ja nicht. Da war noch nicht so eine Vielfalt mit der ganzen Information. Da waren sie natürlich ein gefundenes Fressen. Es gab immer schon 30 Klatschzeitungen, in denen wir drin waren. Ja, aber ich meine, das war schon sehr konzentriert dann, in diesen Zeitungen. Jetzt ist es so, dass wir ja unseren Hauptwohnsitz in Rio de Janeiro haben. Und deswegen sind wir in Brasilien jetzt so bekannt wie früher, in der Zeit, die Sie meinen, in Deutschland. Ja. Und noch eine kleine Anekdote. Als ich da eingezogen bin, 1980, in meinem Penthouse, habe ich mich wie man so macht beim Nachbarn vorgestellt. Und dann macht ein Schwarzer die auf. Und ich sage, wie kommen Sie denn hier in dieses schöne Haus? Sie kenne ich doch. Sagt er, ja, ich bin Pelé. Und seitdem sind wir Nachbarn. Ein relativ bekannter Fußballer. Und dann hat er zu mir gesagt, wir müssen was tun, damit wir fit bleiben, haben wir beide. Und er sagt zu seiner Sekretärin, stell doch mal fest, wer jetzt gerade Bauminister ist. Und dann hat er gesagt, Jim Reis heißt er. Und dann haben die sich verbinden lassen. Und da hat der Minister gesagt, Herr Pelé, ich brauche nur drei Autogramme für Sie. Ich bringe Ihnen Blanco, Baugenehm-Jungen mit. Nur für meine Verwandtschaft brauche ich drei. Und da habe ich gesagt, hier bin ich richtig in dem Land. Und das ist ein kleines Glück gewesen. Die drei Autogramme. Wo man wunderbare Korruption hat, da bin ich genau richtig. Wo die Demokratie da bleibt. Aber noch mal eine andere Seite. Man kennt die bunte Seite natürlich von Ihnen, aber Ihr Vater war in, Sie sind ja nun ein Kind der Kriegs- und Nachkriegszeit. Ihr Vater war in Gefangenschaft, das haben Sie schon angedeutet. Ja. In der Zeit hat Ihre Mutter eine Dekade. einen britischen Kommandanten geheiratet. Sie sind da mit Ihrem Bruder ins Internat gekommen. Wie war das für Sie? Das war erst mal ganz furchtbar, weil meine Mutter sich das Geld fürs teure Internat vom Munde abgespart hat. Und trotzdem ist mein Bruder, auf den ich sehr stolz bin, der jüngste Jumbo-Pilot bei der Lufthansa geworden. Und das waren wir unserer Mutter so dankbar, dass sie uns dieses teure Internat geleistet hat. Und deswegen hat sie von dem ersten Geld, was ich verdient habe, von mir einen Bauernhof in Bayern geschenkt bekommen. Aber das sind die Erfahrungen gewesen, die mein Mann als Junge gemacht hat, die ihm diesen Drive und diesen Impetus mitgegeben haben, um das zu werden, was er ist. Denn er labten das, das darf ich hinzufügen, denn ich kenne ja deine Geschichte nur nach 26 Jahren innen auswendig. Er lag im Bettchen im Internat und der kleine Bruder hat geheult, weil sie beide solche Sehnsucht nach Zuhause hatten. Und das sagt eigentlich alles aus. Du würdest es nicht sagen, ich darf es sagen. Und er hatte sich in den langen, langen Nächten überlegt, wie kann ich es zu etwas bringen im Leben? Also schon auch zurückgesetzt gefühlt. Absolut. Oder verlassen gefühlt von der Mutter. Wirklich. Und da ich nie Alkohol getrunken habe, muss ich sagen, dass meine Mitschüler, die jetzt große Werke leisen, haben alle meistens drei Bypässe und ich habe drei Diplomatenpässe. Also braucht man manchmal auch solche Erlebnisse der Zurückweisung, auch der Krisen, um auch Glück empfinden zu können oder Zufriedenheit? Das kann die Sinne schärfen und ist natürlich ein Anreiz. Ich meine, es ist ein ganz massiver Anreiz drin. Ich will das überwinden. Und das ist mit Sicherheit etwas, was uns antreibt. Ich darf noch mal erzählen, das waren Schlafseele mit zwölf Leuten. Und da ich älterer Freund war, so nannte sich das, da habe ich natürlich nicht nur auf die anderen aufgepasst, sondern habe auch die Pakete von den anderen erst mal geöffnet, weil ich immer Hunger hatte. Und das war ein Selbsterhaltungstrieb. Aber heute sind Sie satt, oder sollen wir noch was vorbeimachen? Nein, nein. Ihr habt uns vorhin schon auf die Befehle nicht getan. Bei der Gelegenheit muss ich Ihnen sagen, dass ich seitdem ich mit der Ärztin verheiratet bin, nach sieben Uhr nichts mehr esse. Okay, alles klar. Wenn wir über Glück sprechen, Sie haben gesagt, das Entscheidende ist Zufriedenheit, aber trotzdem suchen ja viele nach diesem Glücksgefühl. Was ist denn das für ein Moment? Können Sie das beschreiben, was sich da in uns tut, wenn wir glücklich sind und Glück empfinden? Also da kann ich jetzt von der Hirnforschung kommen, wenn Sie das meinen. Das ist das schnelle Belohnungssystem im Gehirn, das uns motiviert. Also die Vorfreude, das Warten darauf, wann passiert es, das Warten auf das Tor, nicht beim Fußball, dann die Freude, die Explosion und dann ebbt es ab. Das ist so ein typisches Beispiel, wie dieses Glückssystem, dieses schnelle System funktioniert, das natürlich in unserem heutigen Gesellschaftssystem sehr stark promotet wird. Weil Kaufen, Konsum, all das läuft ja nur über dieses System. Also das Schnelle. Schnelle haben, ja, ja. Das ruhige, sich mal zurücklehnen und mal den Überblick zu haben, von außen zu schauen, was will ich eigentlich wirklich im Leben? Das kommt dabei oft zu kurz. Das ist aber das, was wir eigentlich anstreben, wo es darum geht, unseren Lebensentwurf als stimmig zu erleben, zu sagen, das ist das, was wir wollen. Und Schritt für Schritt versuchen wir uns darauf hinzubewegen. Schwester Anna-Maria, was ist für Sie der Schlüssel zum Glück? Ja, für mich ist der Schlüssel zum Glück so die Begegnung mit Gott und den Menschen. Wenn ich das so in einem Satz zusammenfassen muss. Sie haben sich ja schon mit 23 entschieden, Ordensschwester zu werden. Sie sind aufgewachsen in Thüringen. Ja. War denn da in Ihrer Kindheit Religion, Kirche, war das schon ein großes Thema? Also, großes Thema jetzt nicht. Es war schon ein Thema, aber jetzt nicht, es wurde nicht so gelebt. Ich bin aber getauft worden, war ab und zu mal in der Kirche, aber, und hatte auch Konfirmationen, bin danach aber so ein bisschen davon weg, weil irgendwie andere Sachen wichtiger waren. Dann erzählen Sie doch mal, was so als Teenager alles wichtig war. Wie waren Sie so als Teenager? Ja, also meine Freunde waren ganz wichtig. Wir waren viel unterwegs. Auch feiern so? Ja, natürlich. Du sitzt ja ein Tänzer neben Ihnen. Wir haben uns schon verabredet. Ach so? Tatsächlich? Um maximale Irritationen. Ach ja, wunderbar. Das ist ja schön. Also, Sie waren durchaus auch so tänzerisch, feiern, das gehörte alles dazu. Wie bei anderen auch. Und waren Sie auch mal verliebt und all das? Ja, ja. Ich hatte auch eine Beziehung, war glücklich, wirklich auch. Und das sind jetzt so diese Momente, weil man wirklich glücklich ist und so einen Menschen an der Seite hat. Und trotzdem blieb so eine Frage, ja, was ist jetzt eigentlich das Wesentliche? Und zwar immer so ein Suchen nach einem Mehr. Und ich bin dann schon ab und zu wieder mal in die Kirche gegangen, weil ich dachte, irgendwas muss doch noch geben außerhalb dieser Freundschaften und außerhalb der Familie auch. Und ja, also in der evangelischen Kirche war ich ja zunächst. Da war dann alles eher so kühl und nüchtern. Das hat mir jetzt nicht so wirklich angesprochen. Und ich habe dann in unserer Nachbargemeinde, das ist eine katholische Gemeinde, Jugendliche kennengelernt, die so begeistert waren auch von ihrem Glauben. Und die sind dann da 2005 zum Weltjugendtag nach Köln gefahren. Das war ja für mich ganz faszinierend. Da macht man sich da auf den Weg. Da kamen erst ungarische Jugendliche nach Thüringen und von so weit weg. Das war irgendwie schon ein bisschen unbegreiflich für mich, aber spannend. Und da bin ich so ein bisschen in Berührung gekommen mit dem katholischen und mit den Ritualen. Und das hat mir irgendwie ein bisschen mehr gegeben, ja. Und ein paar Fragen beantwortet. Also Sie haben schon mal erste Zugänge gefunden, so hört sich das an. Aber ich glaube, mit 19 sind Sie konvertiert. Das ist ja dann nochmal ein anderer Schritt. Gab es da einen Anlass? Gab es da irgendeine Erfahrung, dass Sie gesagt haben, ich gehe jetzt wirklich diesen Schritt? Also ich dachte immer, ich kann ja auch evangelisch bleiben und in die katholische Kirche gehen, ist ja kein Problem. Aber ich bin nie zur Kommunion gegangen, weil das hat für mich nicht gepasst. Und irgendwann war so die Sehnsucht so groß, diesen Jesus auch empfangen zu wollen, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt konvertieren. Ja, und dann habe ich das gemacht. Und dann waren Sie katholisch. Genau, und glücklich. Und Sie haben gleichzeitig dann aber auch angefangen zu studieren. Genau. Wirtschaftswissenschaften? Ist ja jetzt nicht der direkte Weg zu dem, was Sie heute sind. Was waren denn so Ihre Vorstellungen? Sie haben gesagt, Sie waren so auf der Suche. Was waren denn so Ihre Vorstellungen damals noch vom Leben, wo Sie hinwollen? Also ich bin ja in einer Kneipe sozusagen aufgewachsen, und mein Vater wollte natürlich immer, dass ich in diese Hotelbranche gehe, aber ich wollte nicht. Ich wollte irgendwas anderes machen. Der war Gastwirt. Ja, genau. Aber ich hatte keine Ahnung, was. Also so nach dem Abi, was macht man da? Wenn man das nicht so genau weiß, studiert man mal Vivi. Habe ich gemacht. Und ich fand es schon spannend auch. Und für mich war das natürlich dann so, als ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, dann raus in eine Stadt und dann neue Menschen kennenzulernen. Nach Stuttgart? Und dann ist man natürlich auch so in dieses Schickimicki-Leben ein bisschen reingekommen. Und das war für mich schon sehr spannend. Und das war auch so eigentlich ein Weg, den ich mir hätte vorstellen können. Und ihr habt es ja auch zum Teil gelebt. Wie war das dann? Beschreiben Sie mal so Ihr Studentenleben? Studentinnenleben? Ja, da hat man natürlich viel Zeit für Urlaube. Wenn man nicht gerade lernen muss. Und manchmal wurden auch die eigentlichen Vorlesungszeiten genutzt, um zum Skifahren zu gehen. Ach so, also so ganz intensiv studiert haben Sie dann doch nicht. Aber Sie waren so einfach mit Freunden, denke ich mir, und haben die Zeit einfach genossen. Genau. Parallel haben Sie dann aber auch beim Malteser Hilfsdienst mitgearbeitet. Was haben Sie da gemacht? Genau. Also das ist so entstanden, dass ich in diesem Studium, also da ist man doch sehr nutzen- und profitorientiert erzogen worden. Und ich dachte, das kann doch irgendwie nicht alles sein. Und immer nur, also ich habe schon auch viel gelernt, nicht nur verreist, ja. Und immer nur so hinter Schreibtischen diese Zahlen rechnen. Ich wollte das nicht in Frage stellen. Das war irgendwie nicht alles. Ich dachte, da muss noch was anderes geben. Und ich habe die Malteser kennengelernt. Ich fand das total spannend. Die haben so Sanitätsdienste gemacht. Am Wochenende bei irgendwelchen Sportveranstaltungen zum Beispiel. Und es sind dann auch Krankenwagen gefahren. So Dialysefahrten oder Krankenhausverlegungsfahrten. Und ich dachte, ach Mensch, das probiere ich jetzt einfach auch mal aus. Weil das waren einfach nette Menschen. Und da kommt so dieser Beziehungsaspekt dazu. Der hat mir auch noch mal so ein soziales Umfeld gegeben. Und dann habe ich quasi nebenher noch eine Ausbildung gemacht zum Einsatzsanitäter. Und bin dann am Wochenende Krankenwagen gefahren und habe Sanitätsdienste gemacht. Und in der Zeit sind Sie dann auch zum ersten Mal ins Kloster gekommen, in dem Sie jetzt heute noch leben. Ja. Was war da der Grund? Und wie haben Sie diesen ersten Besuch erlebt? Also wir wurden, also ich war ja in Stuttgart bei den Maltesern und mein jetziges Kloster ist in der Nähe von Ulm. Wir wurden quasi über Umwege sozusagen eingeladen, dort hinzukommen. Weil da gibt es einmal im Jahr einen Jugendtag. Das ist so ein Glaubensfest, ein Fest für junge Leute, wo so 2.000, 3.000 Jugendliche kommen. Und da haben wir eben Sanitätsdienst gemacht. Und dann kam ich sozusagen als Malteser da hin und dann dachte ich so, ach ist ja interessant. Ist gar nicht so klostermäßig, also weil es eben keine Klostermauern hat. Und diese Schwestern haben mich total fasziniert. Die haben so eine Ausstrahlung und hatten so eine Ruhe. Und da war eine Schwester, die hat uns als Malteser da sehr eng begleitet, war immer wieder da und hat für uns gesorgt. Und die fand ich total spannend. Und dann habe ich sie immer wieder mal so ein bisschen gefragt, vorsichtig. Und ja, und dann da habe ich gedacht, ich muss da mal irgendwie privat hingehen. Weil wenn man so im Dienst ist, hat man doch einen anderen Blick und muss da auf andere Sachen Rücksicht nehmen. Und wie ging es dann weiter? Und dann habe ich sie eben gefragt, ob man einfach mal so kommen darf. Und dann sagt sie, ja klar, man kann hier so mitleben. Also eine Art Kloster auf Zeit. Und das habe ich dann gemacht. Da gibt es in Untermachter ein Gastkonvent, in dem ich heute selber lebe. Wo junge Frauen einfach kommen können, die sich zurückziehen möchten, die so Lebensfragen einfach mitbringen oder einfach auch mal Ruhe brauchen. Und da bin ich dann hingegangen zum Mitleben, so über Silvester. Über Silvester? Ja, genau. Was haben denn Ihre Eltern gesagt? Ach ja, Tochter, wir ins Kloster, klar. Nee, die waren jetzt nicht so begeistert. Warum? Was war denn? Ja, das passte irgendwie nicht so in meinen derzeitigen Lebensstil. Weil ich war ja schon viel unterwegs und er in Städten auch. Dann an Silvester und plötzlich ins Kloster. Das ist natürlich schon mal irgendwie so ein krasses Gegenteil. Hat der Papa denn jemanden gehabt, der die Kneipe übernimmt? Nee, das hat er jetzt nicht. Hat er da Hoffnung gehabt, dass Silvester... Ja. War der richtige Weg, ja. Sehen Sie? Ja, das war der richtige Weg. Also, der Vater hatte eigentlich gehofft, Sie gehen seinen Weg weiter. Und das ist jetzt ein etwas anderer. Ja, sehr anders. Und war das dann irgendwann ein klarer Entschluss, trotz dieser Widerstände oder trotz der anderen Erwartungen, zu sagen, ich gehe da hin? Oder war das ein Ringen mit sich? Also, es war schon ein Ringen. Das war schon damals, als ich dann von zu Hause quasi so von diesem familiären Dorfleben in die Stadt bin, schon auch echt schwer für mich, weil zu der Zeit war mein Bruder eben noch kleiner, erst zehn Jahre jünger als ich. Meine Oma war krank, meine behinderte Tante wohnte noch da. Und ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich lasse sie alleine. Aber ich habe gemerkt, ich muss es irgendwie machen. Ich muss meinen eigenen Weg gehen. Und dann kam natürlich das noch mit Kloster. Das war irgendwie nochmal krasser. Und ich habe es Ihnen lange nicht gesagt und wusste nicht, wie ich das irgendwie Ihnen vermitteln soll. Und ich habe mich auch nicht getraut, es zu Hause zu sagen, sondern ich habe gewartet, bis Sie mich eines Tages in Stuttgart besucht haben, in meiner Wohnung. Und dann habe ich es Ihnen gesagt, weil ich hatte irgendwie Schiss, dass Sie mich rausschmeißen oder so. Ja, so stimmt. Aber inzwischen ... Darf ich noch mal fragen? Ja. Haben Sie denn als Schwestern eine eigene Wohnung noch haben dürfen? Nee, also jetzt haben wir quasi ... Jede Schwester hat ein Zimmer, aber wir haben dann gemeinsam ein Wohnzimmer und eine Küche. Also wie in einer WG quasi. Ach so. Und was mich interessiert, haben Sie sich jetzt mit Ihrem lieben Papa ausgesöhnt? Ja, ja, ja. Jetzt, wo er sieht, dass Sie wieder beim Thema des Abends sind, so glücklich sind. Denn man sieht es Ihnen ja in den entspannten Gesichtszügen an, das sage ich als Medizinerin, dass Sie glücklich sind. Ja, das stimmt allerdings nicht. Ja, wirklich. Doch! Das haben Sie eben vorhin schon gesagt. Ja. Sollten Sie nicht nur ein Segen des Gottes, sondern auch ein Segen der Familie haben. Ja, also ich glaube, das ist aber normal, wenn Kinder einfach einen Weg gehen, den Eltern sich nicht vorstellen können, dass das nicht gleich auf großen Jubel stößt. Ja, stimmt. Aber wichtig ist, dass sich nachher der Kreis schließen, dass man nachher zusammenfindet. Das war ja wahrscheinlich für Freunde auch eine Irritation, oder? Ja, auf jeden Fall. Also manche sagen voll mutig. Und manche haben gesagt, ja, bist du jetzt völlig durchgeknallt, jetzt studierst du da Wirtschaftswissenschaften, jetzt kannst du großes Geld verdienen, und jetzt gehst du ins Kloster. Also das passt für viele nicht zusammen. Können Sie nicht die Buchführung im Kloster machen? Ja, ich bin tatsächlich jetzt in der Ordensverwaltung. Also von daher ist das super. Er hat den richtigen Liefer hier. Was ist denn der Alltag? Also wir haben schon erfahren, Sie leben in einer Art WG, Sie machen auch tatsächlich die Buchführung dort. Nein, nein, nein. Oder sowas ähnliches in der Verwaltung zumindest sind Sie tätig. Wie sieht denn Ihr Alltag aus? Beschreiben Sie, holen Sie uns mal rein in Ihr Kloster. Also wir haben natürlich einen sehr strukturierten Tag durch die Gebetsleben, durch die Gebetszeiten, Entschuldigung. Also wir haben morgens, mittags und abends eine gemeinsame Gebetszeit. Und dann morgens ist quasi nach der Laudes und der Eucharistiefeier, also auch noch eine heilige Messe, ist dann ein gemeinsames Frühstück. Dann hat man Zeit nochmal für persönliche Betrachtung. Dann geht es zum Arbeiten. Und dann jeder halt an seinem Arbeitsbereich, je nachdem, wo die einzelne Schwester ist. Dann treffen wir uns quasi wieder zum Mittagsgebet und zum Mittagessen. Und dann nachmittags ist wieder normale Arbeitszeit, bis dann das gemeinsame Abendessen ist. Und dann auch das gemeinsame Abendgebet wieder. Und dann gibt es unterschiedliche Aktivitäten, je nach Wochentag. Sie haben ja auch gesagt, Sie hatten früher Beziehungen. Und da war auch sowas wie verliebt sein. Haben da zwar immer noch was gesucht. Jetzt haben Sie ja einen Weg eingeschlagen, eher die Entscheidung gegen körperliche oder partnerschaftliche Liebe. Fehlt Ihnen da manchmal was? Nur eine Nähe oder auch irgendwo was? Also wir Menschen brauchen ja schon mal Nähe, das ist klar. Aber für mich ist so diese Beziehung mit Gott, also die muss man natürlich immer wieder pflegen und die ist so schwierig greifbar. Deswegen ist es so schlecht, manchmal nachzuvollziehen. Ist schon das, was mich wirklich erfüllt, ja. Welche Rolle spielt Geld, weil wir das ja auch schon mal hatten, und materieller Besitz für Sie dann? Also ich meine, wir Schwestern, wir bekommen kein eigenes Gehalt und wir arbeiten an den Plätzen und das geht dann sozusagen alles auf ein gemeinsames Konto. Von da aus wird es dann verteilt. Deswegen spielt jetzt für mich persönlich Geld nicht so eine große Rolle, aber natürlich in der ganzen Gemeinschaft ist es natürlich schon wichtig, weil wir brauchen natürlich auch was, um unser Leben abzusichern. Darf ich noch mal sagen, durch Ihre hervorragende Ausbildung brauchen Sie ja außer Buchfühlen nichts zu machen. Sie brauchen nicht waschen wie die anderen. Na doch, waschen tun wir auch. Ja, auch? Ja, jeder sich selbst. Bitte? Sich selbst waschen Sie, aber Sie arbeiten ja nicht da. Davon gehen wir jetzt mal aus, Herr Konsul. Davon gehen wir jetzt mal aus. Nein, ich wollte sagen, durch die Ausbildung haben Sie sich an der richtigen Stelle eingesetzt, in der Buchhaltung, und da braucht Sie nicht so zu schuffen wie die Kollegen. Okay, und was ist dann heute Ihr Schlüssel zum Glück, wenn Sie auf die letzten sieben Jahre schauen? Das ist die Beziehung zu Gott und zu den Menschen, und in meiner Gemeinschaft, ja. Also, dann freuen wir uns, dass Sie Ihren Weg gefunden haben und dass Sie das so empfinden, ja. Herr Thomashoff, was gibt es uns, ob in der Kirche oder wo auch immer, etwas für andere zu tun? Ganz wichtig, ganz wichtig. Wir sind ja soziale Wesen, deswegen ist Beziehung auch das Wichtigste für unser Wohlbefinden. Nicht jemand, der eine Partnerschaft hat, die nicht gut läuft, dem geht's miserabel. Also Beziehung an erster Stelle. Und das kommt zustande in der Art, wie unser Gehirn arbeitet. Da gibt es kleine Zellen, die sogenannten Spiegelzellen, mit denen wir ganz automatisch nachmachen, was uns als Mimik gegenüber gebracht wird. Und dadurch teilen wir Gefühle. Und geteilte Gefühle sind was ganz Wesentliches. Und das scheint ja Ihren Alltag enorm zu bereichern und auszumachen, dass man Gefühle teilt. Das geht eben real mit Ihren Schwestern, aber auch ein Stück weit in der Abstraktion mit dem Gott. Sie haben ja auch gesagt, Geld und Besitz sind Ihnen jetzt nicht so wichtig im Tagtäglichen. Was glauben Sie, wie schwer es ist, Glück zu empfinden, wenn man um seine Existenz kämpft? Ich glaube, dass es schon schwieriger ist, als wenn man sich vielleicht zurücklehnen kann und da abgesichert ist. Aber das ganze Wache-Glück, das kann ich, glaube ich, nur in mir finden. Und ich kann immer, wie Sie schon sagten, auch unzufrieden sein, wenn ich viel Geld habe und viel Besitz. Also von daher ... Es wäre ja ganz schlimm in den heutigen Zeiten, in denen wir leben, wenn jeder unglücklich wäre, kein Geld hätte. Das ist keine Korrelation. Reich sein ist glücklich sein. Das kann total gottlob losgekoppelt sein. Deshalb muss ich Ihnen auch noch mal widersprechen von vorne ein. Nicht der Drang nach dem Glück bringt das Glück an sich. Im Gegenteil, meiner Meinung nach, wenn man das Glück eben nicht versucht, massiv zu bedrängen und zu erwirken und diesen Impetus hat, immer diesem Glück hinterher zu hecheln. Wenn man das abgeschafft hat, Das habe ich auch so gesagt. Dann ruht man in sich. Das Gehetze der heutigen Zeit ist das, was das Glück nicht macht. Was nur den kurzen Moment des Kicks erlaubt. Diese ruhige Zufriedenheit, das ist schnimmig für mich. Das ist das Entscheidende im Leben. Man kann auch selbst nur glücklich werden. Die Erfahrung haben wir gemacht, wenn man einen Teil des Geldes, was einem zugeflossen ist, wenn man das freiwillig an arme Leute weitergibt. An das Thema würde ich jetzt gerne anknüpfen. Und zwar zu Ihnen kommen, Frau Zeuge. Sie haben 45 Jahre gearbeitet und müssen jetzt gucken, wo Sie das Geld herbekommen, mit jedem Cent rechnen. Ist das fair nach Ihrem Empfinden? Nein, das ist total undirekt. Also insgesamt habe ich 54 Jahre gearbeitet, weil ich trotz meiner Rente zuverdienen musste. Und ja, sagen wir mal, durch unsere Politik ist es ja dazu gekommen. Denn ich hätte mir nie träumen lassen, dass es mir mal so geht, weil meine Oma auch berufstätig war, mütterlicherseits und eine gute auskommende Rente hatte. Aber unsere Rente wurde ja abgesenkt die letzten 16 Jahre. Und 1999 wurde eine neue Rentenformel erstellt, die gar nicht öffentlich gemacht wurde. Das war nach der Wende mit Hartz IV auch im Zusammenhang. Und die Rentenerhöhungen, die dann stattgefunden haben, die waren ja für uns Westrentler 0,002 Prozent. Also da kam hinten überhaupt nichts raus. Und somit ist die Rente ja nicht erhöht worden. Aber die Kosten sind durch den Euro dann explodiert. Und das wurde, Geld wurde immer weniger, immer weniger. Aber ich hatte das zur damaligen Zeit, also zur D-Mark-Zeit hatte ich auch noch mein Auto. Und mir ist es gut gegangen. Ich war zufrieden. Ich war glücklich und zufrieden. Wenn Sie das schon ansprechen, lernen wir Sie doch mal noch näher kennen. Sie sind in Brandenburg aufgewachsen. Wie war das in Ihrem Elternhaus? Sie haben zwei Geschwister. Ja. Wie sehr mussten auch Ihre Eltern schon gucken, dass Sie klarkommen? Also mein Vater kam aus dem Krieg. Und meine Mutter ist dreimal ausgebombt. Die haben alles verloren. Da war nichts mehr. Und sind ja dann evakuiert in Speckgürtel von Brandenburg. Und meine Mutter mit ihrer Familie waren ja Flüchtlinge, deutsche Flüchtlinge. Nach ihrem Erzählen haben sie dann auch auf dem Dorf geklopft und haben Eintritt gebeten. Hatten nur das, was sie auf dem Leib hatten, an. Aber es hat keiner aufgemacht. Auch von den Bauern nicht. Die reichen Bauern, die wollten eben die Flüchtlinge nicht. Ja, und mein Vater und meine Mutter waren sehr sparsam und sehr, sehr fleißig. Und das ist auf uns Kinder auch übertragen worden. Also Sie haben geheiratet, Sie waren Friseurin, Sie haben dann noch eine Ausbildung gemacht. Ich habe dann noch mal, ich war Friseurin und habe ja immer voll gearbeitet. Aber wenn Sie da noch mal zurückschauen, ich meine, das geht ja vielen so in Ihrer Generation. Sie haben gearbeitet. Sie haben ein Kind gehabt. Sie haben sicherlich zu Hause auch noch den Haushalt gemacht. Alles, alles. Wie hart war das auch, das durchzustehen? Das war sehr hart. Also sagen wir mal, ich habe zehn Stunden gearbeitet, bin nach Hause gekommen, habe dann meinen Mann und meine Tochter versorgt. An meinem freien Tag. Damals gab es erst mal gar keinen freien Tag. Da hast du von Montags bis Sonnhabens durchgearbeitet als Friseurin. Für wenig Geld. Und ja, dann hat man am Wochenende habe ich eingeweckt, weil es ja da sparsamer war, eingekocht und sauber gemacht. Also es war ein Leben voll mit Arbeit. Voll mit Arbeit. Aber ich war es auch von zu Hause nicht anders gewöhnt. Konnten Sie sich denn auch in der Ehe dann was leisten mit den Kindern? Ja, wir sind in Urlaub gefahren, wir haben uns ein kleines Auto angeschafft. Erst hatten wir ein Motorrad, ein Auto. Und hatten ganz tolle, nette Freunde. Man hat was unternommen. Also die Freundschaften waren meistens auch Menschen mit Kindern. Ja, also ich war zufrieden. Das war so, und das Glück, die Zufriedenheit, von der Sie sprechen, die haben Sie empfunden. Also sagen wir mal, ich brauchte kein Reichtum. Sie waren 25 Jahre verheiratet, dann hatte der Mann Alkoholprobleme und es gab eine Trennung. Und dann haben Sie sieben Jahre später noch einen Mann kennengelernt, Busfahrer. Sie haben weitergearbeitet und weitergearbeitet in dieser Zeit. Wann haben Sie denn gemerkt, dass Ihr Körper das einfach nicht mehr mitmacht? Dass Sie da irgendwann nicht mehr können? Ich bin schwer krank geworden. Lassen Sie uns jetzt über Ihr neues Leben, über Ihr heutiges Leben reden. Sie wurden früh verrentet. Wie viele haben Sie, wenn Sie jetzt alles nehmen, was Sie an Geld bekommen, und dann geht ja Miete runter, Strom und so weiter, Medikamente werden Sie auch brauchen. Was haben Sie täglich zum Leben? Wie viel haben Sie da zur Verfügung? Jetzt kam ja die große Rentenerhöhung vor, das ist ja jetzt habe ich 4,90 Euro. 4,90 Euro. Ich gehe aber nicht zum Arzt. Und wenn ich zum Arzt gehe, ich habe Arthrose bekommen in den Händen unter dem rechten Fuß gelenkt, da konnte ich nicht mehr aufstehen, ich wusste ja nicht, was das ist. Und bin zum Arzt. Naja, die wollen eine Behandlung geben, aber die kann ich nicht annehmen, ich muss ja zuzahlen. Also das heißt, es hat medizinische Auswirkungen, was ist mit Heizen? Heizen tue ich nur, wenn Frost gerade sind. Also heizen weniger, Kleidung? Kleidung habe ich den Kleiderschrank seit 20 Jahren Gott sei Dank das weggegeben. Ich war auch mal dicker, bin aber wieder dünner. Und das habe ich immer. Meine Tochter hat mir gesagt, schmeiß das weg, man trenne dich. Heute sage ich Gott sei Dank. Wir haben auch Bilder da aus dem Alltag. Sie haben auch, Sie sammeln Flaschen derzeit. Wie viel können Sie dadurch auch noch dazu verdienen? Also bei den Flaschensammlungen ist es ja jetzt so, durch die Flüchtlinge, dass das ganz akut ist. Da gibt es zu viele Menschen, die jetzt Flaschen sammeln. Und also ich streite mich darum, keine Flasche, das mache ich nicht. Wenn jetzt da jemand kommt und die nur wegnimmt, das mache ich nicht. Und wie viel können Sie dadurch dazu verdienen? Das sind im Monat vielleicht 16 Euro. Ist noch Brot vom Vortrag da? Ja, aber 16, ja. Danke. Hier fragen Sie auch nach reduzierten Lebensmitteln? Ja, also Tom ist die einzige Bäckerei, die es noch anbietet. Aquare, das mache ich auch schon etwa so seit 6, 7 Jahren. Zu Anfang waren die Verkäufer und dann mal ganz bitterböse zu mir. Mhm. Bis ich dann mal gesagt habe, Mensch Mädel, da kommst du auch noch hin. Schneller als du denkst und du hast immer weniger Rinder als ich. Ich bin dann schon freche worden, aber jetzt bedienen die mich immer ganz nett, weil die ja jetzt auch schon merken, die haben jetzt ihre Rentenberechnung bekommen, hat mir einer erzählt, und da sieht die, mein Gott, wie wenig Rente die kriegt. Mit 4,80 Euro muss man sich überlegen, was kauft man, was isst man? Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, auch der nicht in der Situation ist. Aber was hat das mit Freundschaften gemacht? Wir haben über Ihre Beziehung geredet. Freundschaften habe ich verloren, ja. Ja? Sie haben... Im Bekanntenkreis, der ist weggebrochen und auch Freunde, wenn sie arm sind, werden sie mal erwähnen, ja. Da waren es aber nie echte Freunde. Da können sie ganz gut sein. Dann hat sich das von selber rausgegeben. Woran liegt es denn? Also, Sie haben, glaube ich, auch mal Ihren letzten Ring verkauft, um mit den Urlaubszufahren zu fahren? Ja, da habe ich eine Fahrt noch mitmachen wollen mit meinen Freundinnen. Wir waren 40 Jahre befreundet und ich sollte unbedingt mitkommen, ach, du fehlst immer so, weil ich das ja schon Jahre nicht mehr machen konnte. Aber wie wir denn da waren, das war alles nicht gut. Also, das würde ja zu lang für so Sachen ausführen. Wie ist das denn jetzt für Sie, dass Sie diese Gefühle teilen und auch Menschen erleben, die ein Stück weit das verstehen, also, wo sie nicht mehr so alleine sind? Wie ist das vom Gefühl her? Ja, das ist also... Ich, äh, meine Enkeltöchter, ich habe ja zu Anfang noch nicht gesprochen. In der Familie und so, die haben das nicht so mitgekriegt. Und dann waren meine Enkeltöchter, ich habe Zwillinge, zwei Mädchen, 21 sind die jetzt. Und da rief meine eine Freundin an, da waren wir noch befreundet, haben gesagt, du Marion, pass mal auf, du hast ja kein Geld mehr, wir wollen eine Fahrt machen, wir laden dich ein, wir bezahlen das. Und da habe ich angefangen zu weinen und da habe ich gesagt, danke. Und da meine Enkeltöchter, Mensch, was ist los, da ist kein Geld? Ja, so kam das eigentlich. Und seitdem wussten die Kinder das und das ist oft schon passiert, die letzte Woche im Monat, naja, da ist kein Geld. Und dann kam meine Enkeltöchter, mich besuchen, hatte ich nur zwei Scheiben Brot im Kühlschrank, nichts mehr zu essen. Was machen die denn? Die haben ja Taschengeld, die haben von der anderen Oma Geld bekommen, das haben die mir denn geschenkt. Na, ich so, geht, ich habe nichts zu essen da. Sie haben ja gesagt, am Anfang, das, was Sie aufbaut, ist auch anderen Leuten zu helfen. Ja, weil ich mich da reindenken kann. Und ich habe da Spaß dran und da ist witzig, ich bin auch ein sehr humorvoller Mensch und dann können wir lachen und da habe ich Freude dran, eben auch älteren Menschen zu helfen und ich habe in den 20 Jahren auch Chancen bei Männern gehabt, aber ich konnte keine Beziehung mehr eingehen. Ich hatte Angst vor Enttäuschungen. Was wären denn jetzt die Dinge, ähm, man sieht ja, wie schwierig es Ihnen fällt, den Alltag zu meistern, Tag für Tag da durchzukommen. Was wären denn jetzt die kleinen Dinge oder die größeren Dinge, die Ihnen helfen würden, ein zufriedeneres Leben zu führen? Also ich habe vor, mir eine kleine Wohnung zu suchen, eine seniorengerechte Wohnung. Und die gibt es noch. Ja, durch Zufall habe ich davon erfahren. Und das werde ich machen. Ein Zimmer, Schlafnische, das sind so diese Standard-Single-Wohnungen. Aber ich sage mal, im Alter braucht man nicht mehr oder ich brauche nicht mehr. Und ich bin trotzdem ein glücklicher Mensch, weil ich sage, 70 Jahre haben wir keinen Krieg. Das finde ich ganz wichtig. Und ich habe noch meine 90-jährige Mutter, die ich versorge, einmal die Woche. Und einmal die Woche bin ich im Ehrenamt. Aber ich springe auch mal öfter ein, je nachdem. Und meine beiden Enkeltöchter, also die sind ganz, ganz lieb zu mir. Ja, danke. Wie ist das eigentlich? Sie sind jetzt sehr auch empathisch dabei und fühlen mit, aber wenn Sie sich das mal anschauen, was geht da in Ihnen vor? In Ihnen beiden jetzt auch. Wir reden ja auch immer in Deutschland viel über soziale Gerechtigkeit und so weiter. Und wenn man überlegt, wie viel Geld Sie haben, wenn Sie sich für, ich will jetzt gar nicht die Millionen aufziehen, für den Privatflieger. Und da ist eine Frau, die von den Stunden her ganz, ganz viel gearbeitet hat und die hat keine fünf Euro zum Essen. Ja, das ist eine Schweinerei, dass so etwas möglich ist in so einem reichen Land. In so einem reichen Land, ja. Das muss man wirklich sagen. Können Sie auch, das habe ich nicht gewusst. Können Sie auch, haben Sie, weil Sie sagen, Sie haben das nicht gewusst, haben Sie eigentlich Kontakt zu Menschen, die in diesen Situationen sind? Nein, nur über die Organisationen, zum Beispiel UNICEF, mit denen habe ich sehr eng zusammen und bei Thesa auch. Und da habe ich einiges Leid schon lindern können oder wir haben das machen können. Und wir machen das auch regelmäßig. Und da wir sehr steuergünstig leben, geben wir zehn Prozent unseres Einkommens automatisch an diese Organisation. Aber so Ihr tägliches Glück, können Sie das nur leben, wenn Sie, weil Sie leben ja auch in Rio, wenn Sie das Leid der Faveas auch ein bisschen ausblenden? Nein, wir haben ein Armenhaus, habe ich gehört, ein Konservarie Armenhaus mit 120 Leuten. Das ist aber, für brasilianische Verhältnisse, kostet das nicht viel Geld. Und ich muss bei der Gelegenheit sagen, das besuchen wir regelmäßig, aber Sie glauben gar nicht, welches Glück diese Leute ausstrahlen. Wenn die kriegen ein Taschengeld von drei Euro, weil alles andere wird bezahlt, Essen drin, Taschengeld, und die strahlen so. Und dieses Glück zu sehen, das macht uns froh und glücklich. Es wäre ja ignorant, das andere auszublenden und nur das eigene Glück zu genießen. Ich wusste nur nicht, dass es hier in Deutschland, in diesem reichen Land, so arme Leute gibt. Herr Thomashoff, nun sind wir ja in einer Situation eines Landes, in dem es viele gibt, die auch wohlhabend sind. Manche nennen es auch Überflussgesellschaft, was für viele aber, wie wir sehen, eben nicht zutrifft. Ist es in einem solchen Land noch schwieriger, wenn man bettelarm ist, wenn man richtig arm ist, Auf jeden Fall. Also das Thema Gerechtigkeit ist eins, was uns von Natur aus schon gegeben ist. Da gab es einen spannenden Versuch eines Primatenforschers mit Affen. Der hat zwei Affen in gläserne Käfige gesetzt und die Affen lernten, wenn sie ein Steinchen aus dem Käfig rausgaben, bekamen sie dafür ein Stück Gurke. Und jetzt hat er dann denen immer die Gurke gegeben und auf einmal hat er dem einen von den beiden eine süße Traube gegeben statt der Gurke. Der andere hat auf ihn seine Gurke weggeschmissen, hat getobt, was das Zeug hält. Also schon bei unseren nächsten Verwandten ist das Thema Gerechtigkeit ganz zentral. Und auch da wieder, was ich vorhin gesagt habe, wir sollten uns bewusster mit auseinandersetzen, wie wir ticken. Damit wir unsere Gesellschaft, die wir selber erschaffen, so schaffen, dass wir uns wohlfühlen und dass Gerechtigkeit ein ganz wesentlicher Aspekt. Danke. Ich würde gerne zu Ihnen kommen, Herr Sundens. Sie führen ein anderes Leben wiederum als alle, die wir bisher gehört haben. Sie reisen mit Ihrer Familie viel durch die Welt. Sie haben mittlerweile sechs Kinder. Wussten Sie denn immer, dass so dieses traditionelle Leben, man wohnt dann vielleicht an einem Ort und man versucht, sich, wenn es toll läuft, ein kleines Häuschen zu holen oder so, dass das nichts für Sie ist? Wussten Sie das schon früh? Na, wir haben das ja schon ausversucht. Also, ich wusste schon immer durch meine Schulkarriere hindurch, dass mich die Optionen, die mir die Gesellschaft und die mir die Lehrer aufzeigen, nicht so wirklich mit mir geschwungen haben. Also, es war irgendwie immer schon so, dass ich dachte, hier bin ich hier falsch am Fleck. Irgendwas läuft hier falsch mit dem Druck und dass die Großen den Kleineren eine draufgeben und dass man beurteilt wird und das alles so, wie das halt normal ist im System. Ich dachte schon immer, hey, das muss doch auch anders gehen. Muss doch, wenn wir zu dem Thema Glück kommen, ist doch das höchste Ziel in der Welt, sollte doch sein, dass ich glücklich bin. Und wenn mir diese Lösungsvorschläge oder das, was ich so ausversucht habe, eben nicht funktioniert oder ich merke, ich werde da unglücklich mit oder ich habe da noch Ausbildung gemacht. Ich bin ein Schreiner zum Beispiel gelernt. Ich habe eine Jugend- und Heimatzieherausbildung gemacht. Ich habe es ja schon versucht auch. Aber immer wieder zu merken, hey, das bringt es irgendwie nicht. Und wir hatten auch das Problem, das die Dame hat und ich kann es so mit Ihnen mitfühlen. Ich finde es ganz schwer, jetzt hier abzuketschen, nachdem Sie Ihre Geschichte, die mich einfach auch so berührt, irgendwie da geteilt haben. Ich finde es ganz schwer, dass ich jetzt hier meinen Teil dazu beitragen soll, nachdem Sie so schlimm ihre Sorgen beschreiben und ich das so fühlen kann und Sie trotzdem so eine liebenswerte und mitfühlende Person sind, wirklich. Das finde ich das doppelt schwer. Aber das, ähm... Sie kriegen Kindergeld sicher, nicht? Nee, wir kriegen kein Geld. Wir sind ja abgemeldet. Wir wohnen nicht in Deutschland. Wir sind hier nicht wohnsitzhaft. Aber wenn Sie im Sommer hier sind, können Sie sich ja anmelden. Das könnten wir machen, das machen wir aber nicht. Womit verdienen Sie denn heute dieses Geld, dass Sie die Möglichkeit haben, mit Ihrer Familie um die Welt zu reisen? Ich mache viele Sachen beruflich. Erstens nehme ich Papa. Das ist mir das Wichtigste. Und ich habe halt meine Unternehmen so dort herum aufgebaut, dass die mich unterstützen da drin, dass ich halt viel Zeit mit meiner Familie verbringen kann. Weil bevor ich darauf eingehe, wenn es wieder auf Glück geht, dann würde ich gerne das Ehepaar hier rausnehmen. Man kann darüber streiten, dass es vielleicht ein bisschen protzig ist vom Auftritt her. Aber was ich wirklich mitgenommen habe, ist, dass Sie gesagt haben, als erstes haben Sie Ihrer Mutter irgendeinen Bauernhof gekauft. Und dass Sie diese Arbeit machen in den Slums von Rio und dass Sie jetzt Sie mit einer Theaterkarte unterstützen. Und was wirklich, da gibt es auch Forschung dazu, denke ich, was wirklich zum Glück mit dazu beiträgt, ist, dass man einen Grund finden muss, einen Sinn in seinem Leben finden muss, der über seine eigenen körperlichen und auch so Bedürfnisse hinausgeht. Dass man glückliche Menschen sind und mal Menschen, die einen Sinn finden, anderen zu helfen. Und wie haben Sie denn gefunden? Sie haben gesagt, Sie haben eine Schreinerlehre gemacht, haben eine Lehre zu Erziehern, eine Ausbildung gemacht. Was war denn dann plötzlich der Punkt, dass Sie gesagt haben, ich suche was anderes. Und wo haben Sie angefangen zu suchen? Naja, also wir sind seinerzeit nach England ausgewandert, die Katja und ich. Also meine Frau, wir machen das ja alles gemeinsam. Die ist gerade mit den Kindern in Guatemala, wo wir gerade Stationen haben. Aber wir sind seinerzeit nach England ausgewandert und haben dann dort drei Jobs gearbeitet. Wir haben hart gearbeitet. Weil ich habe in einem Heim für einem Sterbehospiz gearbeitet, wo Menschen waren, die quasi die letzten Tage ihres Lebens zu leben hatten. Und ich war dort. Und meine Frau hat gearbeitet in einem Bioladen und in einem Biokleiderladen. Das heißt, wir haben quasi drei Jobs, 24 am Stundentag, rund um die Uhr gearbeitet. Und haben uns fast nicht gesehen. Und dazu, dass es so einfache, unterbezahlte Jobs waren, finde ich, die wichtig eigentlich sind, das sind ja alles wichtige Jobs, mussten wir dazu aufstockende Sozialhilfe beantragen. Das war unsere Realität, die sich damals dargestellt hat. Und wir sind halt auch noch jung und gesund jetzt einfach. Das hat uns dann, also ich habe dann einfach, das ist wahrscheinlich auch sehr wichtig, da hatten wir einen Riesenvorteil Ihnen gegenüber, dass ich halt gesund noch war und wir dann einfach realisiert haben. Wir haben irgendwann mal dann durchgerechnet. An dem Sonntag, wo wir mal Zeit hatten miteinander, da saßen wir da und das hat unser Leben verändert. Dass wir festgestellt haben, hey, wenn wir diese Hilfsjobs, die vielleicht ethisch schon einwandfrei sind und so, aber ja, die diese Hilfsjobs weitermachen, dann machen wir das die nächsten 40 Jahre und dann sitzen wir nämlich in dem Stuhl, in dem die Dame da drüben sitzt. Und das war für mich klar, hey, das ist nicht akzeptabel. Und nicht mal nur für mich selber, sondern für meine Kinder. Ich würde auch für meine Kinder da sein. Ich würde auch meine Kinder sehen können. Und das hat uns beistet, okay, das geht nicht, wir müssen was anderes machen. Und dann haben Sie was gemacht? Ja, und dann haben wir halt, das war 2008, als uns diese Erkenntnis kam und das Internet steckte noch in den Kinderschuhen. Aber wir hatten uns seinerzeit schon sehr auseinandergesetzt mit natürlicher, gesunder Ernährung. Unser Sohn, unser zweiter Sohn, war sehr krank, ist sehr krank geboren worden mit dem chronischen Asthma, das diagnostiziert worden war von Ärzten, die dann ihm auch nicht helfen konnten. Ich sage, es ist chronisch. Und unser armes Sohn ist, wir sind nachts, konnten wir nicht schlafen, weil der dann immer wieder gespucken hat müssen, weil er sich so verschleimt war. Und wir hatten unsere Ernährung umgestellt. Wir hatten einfach auf Gluten, weißen Zucker, Fleisch und... Salz. Und was? Salz. Und weißen Salz auch, und haben einfach ein paar unsere Ernährung umgestellt, auf eine natürlichere, gesunde Ernährung, ein Bio gekauft, wo es nur ging mit unserem sehr limitierten Einkommen und konnten das heilen in kurzer Zeit. Dann ging es einem noch besser und die Ärzte hatten ihn schon aufgegeben. Und diese Begeisterung, dass ich gemerkt habe, hey, wir haben das jetzt geschafft, unseren Sohn ohne Pillen und ohne, sondern einfach nur, dass wir unsere Ernährung umgestellt haben und einfach ein bisschen bewusster uns ernähren. Das hat mich so begeistert, dass ich gerne oder den Drang verspürt habe, anderen Familien und auch zu helfen, sowas ähnliches zu tun. Und dann kam YouTube daher, ich habe meine Kamera genommen und habe auf YouTube angefangen, darüber zu reden und Informationen zu teilen über natürliche Ernährung und wie man, wie das beitragen kann, zumindest gesünder zu werden. Und das war der Start, dass wir auf YouTube ziemlich schnell erfolgreich wurden, im englischsprachigen Raum seinerzeit. Deutsch gab es es noch gar nicht. Und da kam dann eins zum nächsten. Dann haben uns die Leute immer gefragt, was esst ihr? Habt ihr Rezepte? Dann haben wir ein Rezeptbuch einfach zusammengeschmissen, das online gestellt und die Leute haben das gekauft. Also das war Ihr Weg zum Erfolg. Jetzt kommt noch dazu, dass Sie überall auf der Welt unterwegs sind. Wir sehen da jetzt auch einige Bilder. Vielleicht können Sie uns da mal mitnehmen auf die Reise. Welche Rolle spielt das dann für Sie? Denn Sie könnten ja auch aus Deutschland all diese Geschäfte machen, oder? Ja, also mit dem Grund, dass wir die Deutschland verlassen haben mit den vielen Kindern, ist es halt einfach, wenn du so ein Business hast, wie ich mich jetzt kreiert habe, dass wir halt das Internet nutzen. Wir sind da gerade mal gerade auf Bali zum Beispiel, sieht man, das war vor zwei Jahren, waren wir in Marokko, im Senegal. mit unseren Kindern. Das ist auf den Kanarischen Inseln. Also der Zusammenschnitt zeigt wirklich ganz viele verschiedene Länder. Ihre Kinder ist das toll, was Sie machen. Ja, das sehe ich auch. Und für Sie kostenlose Urlaube. Ja, also so kann man das sehen. Aber ich verstehe mich eigentlich, dass wir eigentlich quasi andauernd im Urlaub sind. Ich aber auch andauernd arbeite. Man kann das auch so sehen, weil ich arbeite da ja auch. Ich sitze da am Strand mit meinen Kindern, das sieht schön aus. Wenn man die Bilder sieht, das ist ja vergleichbar mit unserem geliebten Südamerika. Ja, das ist ein zentraler Meer. Viele Leute kommen ja in ihrem ganzen Leben da nicht hin. Was heißt das für Ihre Kinder? Wann entscheiden Sie, wo Sie wohin gehen? Was führen die für ein Leben? Ja, also die Entscheidung dadurch, dass wir unser Leben eben so abgesettet haben, dass wir dieses Business haben, das uns unterstützt, das mir erlaubt, das, was ich gerne tue. Mittlerweile mache ich eine Gesundheitsberatung, weil die Leute, um das zu Ende zu führen, die haben mich dann immer am Anfang nach diesen Rezepten gefragt und dann sind wir aber mit diesem kleinen Unternehmen, das wir da gegründet hatten, einfach auf einem One-Way-Ticket nach Costa Rica ausgewandert. Und was gibt Ihnen das Reisen? Ist das Freiheit oder was ist das? Was hat das Reisen für einen Anteil am Glück bei Ihnen oder an der Zufriedenheit? Ja, also wenn ich jetzt mal auch auf diese grundlegende Frage antworten kann, was bedeutet Glück für mich, dann würde ich in erster Linie sagen, es ist Familie für mich. Dass ich Familie habe und dass ich eine bedeutungsvolle Arbeit mache, die eben über mich hinausgeht, wo ich das Gefühl habe, ich kann Menschen helfen und unterstützen. Und kein Finanzamt müssen Sie auch mal sehen. Nein, das stimmt nicht. Ich muss ja schon, ich führe in Deutschland Mehrwertsteuer ab und so. Wo Sie können. Ja, also wir zahlen, also ich in Deutschland schon Steuern. Also die Mehrwertsteuer muss man hier abführen, wenn du hier Produkte verkaufst, musst du hier auch Mehrwertsteuern. Ich weiß, das Finanzamt ist ein großes Thema. Ja, aber Sie waren gerade dabei zu formulieren. Also es ist das, was über Sie hinausgeht, dass Sie Familie haben. Was heißt das für das Leben Ihrer Kinder? Gehen die zur Schule? Was ist mit deren Weg? Ja, also wir betrachten die Reisen, die wir machen. Wir sind ja sehr Dauerurlauber oder Leute, die halt andauernd ohne festen Wohnsitz um die Welt reisen. Wir betrachten es als Bildungsreisen, die wir tun mit unseren Kindern. Wir tun also die Länder, die wir bereisen, vorbereiten mit den Kindern gemeinsam. Vorfiel die Frage, wie wir die Urlaubsziele aussuchen. Da haben unsere Kinder eine ganz große Mitspracherecht. Also es entscheidet gar nicht ich, mir ist das irgendwie wurscht, solange es, wie gesagt, Palmen gibt und es warm ist. Und im Sommer sind wir gerne hier, suchen das eigentlich viel die Kinder aus, was die halt für Interessen haben. Und dann bereiten wir das vor und fahren mit ihnen dorthin und erfahren, lernen, anders als in dem herkömmlichen Sinne, das hier praktiziert wird. Das ist halt viel darum geht, vor Ort mit den Leuten. Wir haben dann Lehrer auch vor Ort, oder dass wir dann ... eigentlich ein schönes Leben, was sie haben. Wie ist das, also man sagt ja nicht umsonst, Reisen bildet. Ich glaube, Ihre Kinder werden viel mitnehmen, Sie werden Ihnen was beibringen. Sie haben gesagt, es gibt zusätzliche Lehrer. Wie stark kommen Sie damit sowas wie einem konventionellen Schulsystem ins Gehege, dass man dann sagt, na, wo macht er denn den Abschluss oder die Tochter oder wie auch immer. Wie leben Sie das? Also wir sind ja von Grund auf her so anders in unserer Lebensweise, dass wir natürlich immer an dem traditionellen Bild einer gutbürgerlichen deutschen Familie anecken. Und das geht mir schon immer so, weil ich war schon immer auf Reise, ich reise schon über 20 Jahre durch die Welt. Das habe ich schon als Teenager gemacht quasi und habe jetzt quasi das Unternehmen da drumherum aufgebaut. Aber mit der Schulsituation ist es so, dass die natürlich selbstverständlich dann hier nach Deutschland kommen könnten und ihren Abschluss hier abmachen. Die können ja ihr Abi einfach machen. Man könnte es ja dann in der 12. und 13. Klasse, wenn Sie das denn wollen, hier einfach anmelden. Und Sie sind dreisprachig, Sie können Mathe, Englisch, Ich wollte gerade sagen, die werden ja mehrsprachig dadurch aufwachsen. Das ist ja schon eine sehr große Bereicherung. Da kann man später immer. Also den Abschluss, wenn Sie das wollen, das ist ja sowieso auch so ein Unterschied zu dem deutschen Schulsystem, denke ich, dass du, wenn du aus dir selber heraus was willst und irgendeinen Beruf erlangen willst, dann hast du eine ganz andere Motivation, auch den dazugehörigen Schulabschluss zu erlangen, als wenn du halt einfach so, man muss das halt irgendwie quasi machen. Und wenn Sie es für sich nochmal zusammenfassen würden, Sie haben ja schon mal angesetzt, was ist Ihr persönlicher Schlüssel zum Glück? Also ich würde gerne das, was die Herrschaften gesagt haben, dass man über sich herausgibt, dass man nicht nur nach sich selber guckt, sondern dass man guckt, wie kann ich mein Licht, das mir gegeben worden ist, anderen den Weg leuchten, die noch in der Dunkelheit stehen. Ich glaube, das gehört einfach mit, man muss über sich hinausdenken. Dann ist für mich Familie ganz wichtig, wie gesagt, dass ich einfach nicht, dass ich schaue, dass ich meinen Arbeitsalltag so organisiere, dass ich da bin für meine Kinder, dass wir leben, wir reisen, das ist das erste Mal in Jahren, dass ich nicht bei meiner Familie bin. Wir sind immer zusammen, wir machen alle Reisen gemeinsam. Und einfach, das ist die, finde ich, die wichtigste Aufgabe. Bevor ich auch Unternehmer oder YouTuber oder sonst irgendwas bin, bin ich Papa. Und das ist für mich die allerwichtigste Aufgabe, einfach zu gucken, dass ich für meine Kinder da bin und für die, und das ist auch was, was oft in Diskrepanz steht, nicht so sehr durch die Worte ein Vorbild bin, sondern durch meine Taten. Dass ich einfach überzeugend das verkörper und lebe, was ich für richtig und für wichtig halte. Und dafür muss man manchmal hier in Deutschland gegen den Strom gehen und seinen eigenen Weg irgendwie gehen. Sie haben aber auch neben Ihrem Papa sein ja beschrieben, was sie so beruflich antreibt. Wie wichtig ist das, das Gefühl, etwas bewegen zu können? Das Wichtigste ist Beziehung und das zweite Standbein, auf dem wir stehen, ist selber etwas zu bewirken. Also ich sage immer etwas salopp, einen Abend vor dem Fernseher, obwohl das jetzt hier heute so ist, ist oft nicht so erfüllend wie andere Tätigkeiten. Selber etwas tun. Dann wichtig, Stresshaushalt, das ist das, wo Sie natürlich wirklich gefällt wurden an dem Thema. Und das Gefühl, was Sie ja sehr schön auch beschreiben, das stimmt für mich. Ich muss für mich selbstverantwortlich meinen Entwurf gestalten. Und das muss passen. Machen wir uns, weil Sie sagen, wir müssen gestalten, machen wir uns eigentlich so im Alltag genug Gedanken darüber, was uns im Leben eigentlich wichtig ist? Finde ich eben nicht. Da plädiere ich ja enorm für. Deswegen ist es mir auch wichtig, Menschen zu erreichen damit, dass wir beginnen, uns hinzusetzen und wirklich mal bewusst zu fragen, was wollen wir eigentlich? In diesem Konsumrausch, wo wir da mit bunter Werbung und sonst was beschallt werden, da geht das so unter. Und dieses Mal innehalten, das ist ja, was Sie täglich machen auch, dieses Mal innehalten und wirklich bewusst überlegen, was will ich eigentlich? Wie soll mein Tag aussehen? Die Struktur für meinen Tag? Wie will ich mein Jahr planen? Und dann, so es gegeben ist, wie will ich mein hoffentlich langes Leben auch planen? Da ist sehr viel selber gestaltbar. Deswegen ist es so wichtig, in einer freien Gesellschaft auch zu leben. Wo ich selber mir überlegen kann, was sind da für Möglichkeiten und nicht, was für sich befürchten muss, dass ich am nächsten Tag abgeführt werde. Und das ist so problematisch, ich kenne das aus Ihrem Leben, weil ich hatte das Leben, das Sie geführt hat auch lang und ich, das Gefühl, dass ich noch mit diese Sozialhilfe verbinde und nach meinen Kindern gucken zu müssen, dass ich mich so eingeschnürt und fast so paralysiert und eingefroren und, ich weiß nicht, so wenig selbstbestimmt gefühlt habe. Und das war ein Riesenaufwand, sich da rauszubewegen und das einfach selber in die Hand zu nehmen. Und das würde ich total unterstreichen. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich kann mein Leben selber in die Hand nehmen, ich kann es selber gestalten, und zwar wie ich will. Das passt, wie siehst. Ja. Wir haben ja außerdem gerade viel vom Selbstgestalten gesprochen, Herr Krabbenhoeft. Wenn Sie einen Sonntag nach Ihrem Gusto selbst gestalten heute in Ihrem Leben in Berlin, was würde dann dazugehören? Also, jetzt aktuell so in meiner Situation würde zurzeit irgendwie mehr Zeit für meine Freunde zu haben, weil auch da ist ja andauernd die Auseinandersetzung, wo gebe ich irgendwie meine Zeit hin im Moment. Es ist eine sehr starke mediale Aufmerksamkeit. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich nicht nur tanzen, das ist eine Facette von mir. Etwas, was durchaus ein Glücksspender sein kann und im Moment auch ist, weil es mir auch eine Seite irgendwie von mir zeigt, die ich bisher auch noch nicht kannte. Und das ist überhaupt auch das Spannende jetzt bei mir, dass ich bin irgendwie ein Mensch gewesen, der sich auch immer sehr viel um andere gekümmert hat. Erstmal war Familie da und meine Ehe hat nicht ganz so lange gehalten, aber ich habe dann meine Tochter auch bei mir gehabt und habe sie erzogen, weil meine Frau dann noch studiert hat. Das war also ganz klar, war dann auch, wie selbstverständlich Frauen das alle machen, da geht man selbstverständlich von aus, aber ich habe es auch immer gerne gemacht und habe auch gemerkt, wie viele andere auch, vielleicht an die Grenzen zu kommen, weil ich alles auffangen wollte, Vater, Mutter zu sein und irgendwie alles auf einmal. Und dann habe ich daneben auch Sterbebegleitung gemacht, also ich war eigentlich immer für andere da, aber wenn ich jetzt gerade darüber spreche, stelle ich fest, irgendwie, ich kam aber nicht richtig drin vor. Irgendwie in dieser, ich habe eigentlich meine ganze Energie immer anderen Menschen gegeben, weil mir das auch wichtig war. Und ja, und dann irgendwann mit dem Älterwerden habe ich gedacht, ey, Alter, jetzt musst du dich mal auch schauen, was in dir noch ist und was du willst und wie das weitergeht. Und wie haben Sie dann diesen Schub bekommen, das ist auch so wohl? Der Schub, also ich sage, es gibt ja jeden Tag immer neue Einflüsse. Also ich meine, da wird ja von allen Seiten kommen, kreative Ideen oder Anregungen, wenn ich die Menschen beachte und beobachte und irgendwie Einflüsse jeglicher Art. Wenn ich wach durch mein Leben gehe und ich irgendwie nichts ausblende, dann erfahre ich irgendwie so viele Anregungen, die auch was mit mir zu tun haben. und das ist ein spannender Prozess gewesen und vor gar nicht so langer Zeit bin ich mal zwei Jahre ganz aus der Stadt rausgegangen, ganz einsam in ein kleines Haus am See, wo irgendwie ich manchmal tagelang mit niemand gesprochen habe, wo ich keine Medien hatte und das war dann so meine glücklichste Zeit, weil ich noch auch für mich gemerkt habe, also was alles für ein Potenzial und was für ein Reichtum in mir ist, also wenn ich alleine mit mir war und da drauf geschaut hat und ich merke immer, hey, um mich herum ist ganz großes Kino, die Landschaft, das Leben und dann kommt natürlich die Überlegung, was, welchen Dingen läuft man hinterher, was ist wichtig und so und dann habe ich gemerkt, so sehr, wie ich irgendwie auch anderen Menschen zugetan war, irgendwie dass auch die andere Seite in mir ganz stark ist, nämlich dieser Rückzug und dieses sich mit mir beschäftigen, ohne dass sich alles um mich dreht, aber ich war Neuland eigentlich für mich, so ein bisschen. Also es ist auch was ganz Faszinierendes, da sieht man nämlich, dass wir auch eine Beziehung zu uns selbst haben und die sollten wir aufräumen und geklärt haben, genau das haben Sie da wahrscheinlich gemacht. Ja, und das war irgendwie, manchmal bin ich dann irgendwie mit dem Fahrrad durch diese Rapsfelder gefahren, da musste ich vom Fahrrad gehen, habe ich gestanden, Hallo, was ist das hier? Und dann hat mich so, dann stand ich heulend irgendwie unter einem mecklenburgischen Himmel mit riesen, irgendwie einem endlosen Horizont und habe gedacht, was brauchst du? Das ist das Glück hier. Haben Sie da auch Ihr schickes Hütchen aufgehabt? Ja. Und Sie haben ja, Sie haben ja beschrieben, erst waren es die anderen, dann kam erst mal der Rückzug und das Besinnen auf sich selbst. Ja. Und selbst wenn es nur eine Facette ist, wann kam das Tanzen dann dazu und wie kam das Tanzen? Ich meine, das war ja schon immer da, also so. Und vielleicht kennen das viele, dass man irgendwann erzählt, wenn man 30, 40 ist, wo gehen wir eigentlich tanzen? Da sind die jungen Leute, ich fühle mich da nirgendwo aufgehoben. Das klingt glaube ich viel. Und eine Polonaise wollte ich auch noch nicht machen, irgendwie so. Und ja, und irgendwann kam dann der Tag, da fahre ich mit der U-Bahn und zwei ganz junge Mädchen gucken mich immer an und kommen zu mir und sagen, ey, du bist ja cool, wo gehst du denn jetzt hin? Und da habe ich gesagt, da und da treffe ich mich jetzt mit Freunden. Wir gehen jetzt in das, für die Leute, die es nicht kennen, das Berghain. Nur dann erwähne ich es, weil es zu der Geschichte gehört. Und haben gesagt, wir gehen da jetzt hin. Willst du nicht mitkommen? Och, habe ich gesagt, das ist eine gute Idee, wollte ich schon immer. Was ist denn das Berghain? Berghain ist so der angesagte Technotempel. Ein altes Kraftwerk, ein altes Umspannwerk. Und dann stand ich da mit den jungen Mädchen, die waren sehr jung, die wurden gefragt, ey, seid ihr schon alt genug und ich dahinter ganz keck und sage, aber mich fragen sie jetzt nicht, wie alt ich bin. Doch, das wollen wir jetzt wissen. Und damit war das alles gebrochen, ich bin reingegangen und dann war das eine Welt. Irgendwie plötzlich höre ich wirklich diese Dunkelheit, also diese Dunkelheit war da, dann höre ich diese stampfenden Bässe, mir zitterten die Knie, ich tapper da hoch, die Mädchen mich im Schwepptau irgendwie haben mich all ihren Freunden vorgestellt und ich hatte dann wahnsinnige Bilder im Kopf, ey, wenn du da wohin gehst, musst du aufpassen auf deinem Dring und so. Ja, und ja, aber ich bin dann acht Stunden da geblieben und ich wirklich, ich habe gedacht, irgendwie, und so sieht das aus, wenn Günther Anton Krabbenhoeft in Aktion ist. Jetzt gucken wir erst mal nur zu. Toll! Ja, Ja, ich meine, das ist vielleicht nicht so das normale Freitagsvergnügen eines etwas über 70-Jährigen, aber ich merke irgendwie, das ist meine Akku-Aufladestation. Und manchmal denke ich auch darüber nach, den jungen Leuten, die hängen alle so schlaff in den Seilen und ich gehe mit Energie nach Hause und denke, wow, die geben den Lacken vor. Also begeisterungsansteckend. Und ich finde, man muss wirklich sagen, das sah richtig gut aus, oder? Also es sah richtig, Sie haben den Gruve. Sie haben den Gruve. Ja, manchmal denke ich natürlich auch irgendwie, vielleicht wäre ich nicht ganz sichtig, so pubertäre Gefühle zu haben, so ein Gefühl, irgendwie, dass ich schreien könnte. Und manchmal, irgendwie, wenn der DJ es schafft, irgendwie so eine aufbauende Musik zu haben und mich so mitnimmt und ich wie eine Schraube oben in die Galaxie abdüse, dann irgendwie denke ich, wow, das ist zumindest eine Facette, die ich bisher noch nicht kannte. Ja, fliegen Sie einfach los, denke ich. Ja, wunderbar. Sie sind jung im Geiste, jung im Herzen, offensichtlich haben Sie auch, sage ich als Medizinerin, die Kondition dazu, oder haben Sie die Kondition erst nachher bekommen, weil Sie einfach immer doch rumstammt sind? Nein, 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 also ich meine, ich staune ja selbst, am Anfang gucke ich dann auf die Uhr und denke, wie lange bist du hier, bitteschön? Also Arthrose ist für Sie ein Fremdwort, gell? Noch, ja. Ja, toi, toi, toi. Wie ist das, Sie haben ja jahrzehntelang auch als Koch gearbeitet, ne? Wie sehr hat Sie das ausgefüllt, dieses? Naja, ich meine, ich habe natürlich selbst, also immer schnell versucht, dass ich so eine Position bekam, also wo ich dann die Leitung der Küche nahe, ich war in unterschiedlichen Hotels, deshalb habe ich gedacht, mit dem Kantinenkoch. Naja, das war, zuletzt war ich die letzten paar, naja, es war ein Jahr und ein paar Monate, war ich in der Komischen Oper in Berlin dann, weil ich nochmal kurz vorher gewechselt habe und habe für die Opernsänger und, also ich war der Leibkoch, der Mitarbeiter dann da. Was ja auch ganz schön war, da konnte ich auch bestimmen, was es gab und hatte ein sehr persönliches Beziehung zu den Leuten und das war ganz schön. Komische Oper passen Sie hin. Ja, es hat mir auch Spaß gemacht, weil ich dann anschließend nach der Arbeit immer gleich so ein paar Opern sehen konnte und so. Kultur war ja auch immer ganz wichtig für mich, was ich dann auch immer meinen Enkelkindern beigebracht habe. Also ich war dann auch der Opa, der sie in die Museen geschleppt hat. Vielleicht haben sie auch manchmal gedacht, oh Gott, der ist schon wieder oder so, keine Ahnung. Also in der Rolle des Opas gehen Sie schon auch auf, wenn ich so richtig höre. Ja, jetzt ja nicht mehr, jetzt sind Sie ja groß und ich muss ja sagen, so zu der Familie, ich habe so gedacht, hey, du hast hier jetzt, irgendwie zum Erwachsensein gebracht und die machen auch ihr Ding und ich gehöre wirklich nicht zu denen, die jetzt vielleicht sich hinsetzen und sagen, na, wann kommt ihr denn alle zum Kaffee oder sowas. Also darauf warte ich nicht, weil ich denke, irgendwie, ich bin immer ansprechbar, die können zu mir kommen und ich erkundige mich, was sie bewegt. Aber ich mache mein Ding und ich finde es wunderbar, weil jetzt auch so viel anderes passiert ist von dieser medialen Aufmerksamkeit. Das wissen ja nicht alle. Also Sie sind über das Netz plötzlich weltberühmt geworden. Können Sie die Geschichte auch mal erzählen, wie diese Aufmerksamkeit entsteht? Also ich stehe da so auf dem Bahnhof Cottbusser Tor. Lässig wie? Lässig, ja. Aber ich meine, ich bin ja immer so gewesen, deshalb habe ich mich immer gewundert, dass das diese Aufmerksamkeit plötzlich erweckt. Irgendwie ein Tourist hat ein Foto von mir gesprochen und hat versprochen, dass das nur für sich irgendwie war. Es landete dann aber im Netz. Und im Handumdrehen hatten drei Millionen Leute das geklickt, weil jemand dazu geschrieben hat, dieser coole Mann ist 104 Jahre alt und tanzt in den Kämpfen. Unglaublich! Und ja, das hatte ich dann einmal versucht, irgendwie richtigzustellen. Aber Sie kennen das ja, das hat keinen mehr interessiert. Dann kamen plötzlich die Japaner, die irgendwie eine Suchaktion in Berlin starteten in meinem Kiez. Wer kennt diesen Mann? Die wollten mich für eine Werbekampagne haben. So ging das dann irgendwie plötzlich, irgendwie brach die mediale Aufmerksamkeit über mich herein. Und ja, hat irgendwie total jetzt nochmal mein Leben irgendwie auf den Kopf gestellt. Und ja, ich genieße das jetzt. Ich meine, ich habe irgendwann Ja dazu gesagt und schau mal. Und es sind auch so viele tolle Begegnungen. Und selbst so in so einem Laden, also Technoladen, irgendwie hat man Gespräche irgendwie, dann lerne ich jemanden kennen, der historische Gräber betreut. Und ich denke, wow, das klingt ja gut. Das denkt man nicht in den Technoladen. Ja, und irgendwie so ein junger Bengel. Und ich verabrede mich mit denen und habe festgestellt, wie toll ist das denn? Du kannst eine Patenschaft für ein altes historisches Grab übernehmen und lässt sich da nachher begraben. Und das fand ich irgendwie so cool. Meine Freunde gleich, wow, das ist ja klasse. Irgendwie sechs Leute können da drauf. Und dann habe ich jetzt eine Urnen-WG. Sie haben? Moment, Moment. Das habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Das müssen Sie jetzt nochmal erklären. Sie haben eine Urnen-WG. Ja. Also genau gesagt, zwei Särge können da drauf und vier Urnen. Und das ist alles gleich verteilt. Die anderen gesagt, ich möchte im Sarg und die anderen ... Stock mit oben. Und dann habe ich gedacht, oh schön, da unten ist das Berghain und da ist das Kaffee. Da ist ein Kaffee auch auf dem Friedhof. Und ich denke, wie schön das ist. Im ersten Moment habe ich mich erschrocken, habe ich gesagt, was hast du jetzt gemacht? Und dann hat mich das aber so glücklich gemacht. Die so vorstellt, meine Ex-Frau kommt auch mit drauf und das will was. Ah ja. Ja, ja. Und wer ist sonst noch dabei bei der Urnen-WG? Ja, Freunde. Weil meine Freunde, und das ist ja auch ganz wichtig, also die gibt es seit über 30 Jahren. Das sind Freunde, die nenne ich auch so, wo ich meinen Kopf an die Schulter legen kann, die mich trösten, die in die Abgründe bei mir gucken können und mich trotzdem lieben. Mit all den Sachen, das ist doch das Schönste. Das Kinn zeichnet sich bei uns. Allerdings, allerdings. Jetzt, ich meine, Sie beschreiben so viele Etappen. Können wir uns eigentlich immer wieder im Leben neu erfinden? Ja, da kann ich nur beherzt sagen, unser Gehirn ist so flexibel, dass wir immer noch wieder neue Wege finden können. Und warum zögern wir manchmal? Sind das Hemmungen? Ist das einfach so die Angst vorm Sprung? Ja, auch uns wirklich offen in den Spiegel anzuschauen, was Sie da in Mecklenburg zwei Jahre gemacht haben, ist genau das. Wer bin ich denn? Warum bin ich, wie ich bin? Wie hat mich meine Geschichte zu dem werden lassen, der ich bin? Und wo kann ich mich von dem befreien, was ich nicht mehr möchte? Nun ist natürlich die Sache, Sie sind elegant, Sie haben den Groove. Ja, jetzt, wenn jemand anders auf die Idee kommt und will auf einmal in der Jugendszene mitmischen, ja, dann stehen die vielleicht alle und denken, peinlich. Aber er hat ja Beispiele, die das Vorbild er dir finden kann. Ja. Haben Sie auch manchmal gedacht, Mensch, was ist jetzt eigentlich mir noch gemäß? Sollte ich diesen Schritt machen? Würden Sie bestimmte Dinge, die Jugend macht, auch nicht mehr machen? Nein, nicht unbedingt, weil ich eigentlich die Menschen, die jetzt in meinem Leben sind, neben meinen Freunden, die mit mir alt geworden sind, sind das ja junge Leute. Und ich staune immer wieder, dass diese jungen Leute meine Fans sind, die sagen, ey, ich habe dich gesehen und genau so. Und es ist so ein Vorbild, dann sage ich immer, wie alt bist du denn? 25. Oh, sage ich, da hast du ja noch viel Zeit, irgendwie darauf hinzuarbeiten. Aber ich staune immer, wie auch die jungen Leute das beschäftigt, ja. Letztendlich, weil in unserer Gesellschaft alle möchten sehr alt werden, aber keiner möchte alt sein. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, diese Trennung der Altersstufen unserer Gesellschaft entspricht überhaupt nicht unserer menschlichen Natur. Aber ich kann das verstehen, weil jeder mag ja so alt werden wie du. Du bist ein leuchtendes Beispiel. Also wenn ich denke, also mit so einer Begeisterung und mit so einer Lebensbejahung und Freude irgendwie, die du hier ausstrahlst, also ich bin total inspiriert dabei. Das ist ja auch die Gnade des Gotteslofs, so gesund zu sein. Und falls Sie wirklich 104 sind, könnte ich Sie die Kraft meines Amtes verjüngen. Ja, okay, aber ich finde das jetzt eher zum Beispiel, denke ich, wenn ich 104 bin und so gut drauf, besser geht's ja. Genau so, ein größeres Kompliment. Wo holen Sie sich, ich meine, der Style Ihrer Ausstrahlung ist ja auch der Style, wo holen Sie sich da die Anregungen her? Also ich kann nur sagen, wenn man älter wird, sag ich, irgendwie kannst du dich ja irgendwie nur in der klassischen Herrenmode mit Würde und Stil irgendwie begeben und deinen eigenen Twist dazu führen, dass man nicht so eins zu eins wie ein englischer Landlord rumläuft vielleicht. Aber das ist toll und ich finde, ich bin es mir auch wert, irgendwie, ich bin, hallo, ich bin der Günther Anton Kappenhöft und ich finde, ich könnte, ich kann irgendwie mir es nett machen. Und mich scharfen. Absolut, absolut, das kann man nur bestärken. Einmalige Typen. Wie leben Sie jetzt? Leben Sie allein? Leben Sie in einer WG? Ich lebe, auch das ist ein ganz großes Glück. Vor über 30 Jahren haben wir mal ein altes, zum Abriss freigegebenes Mietshaus in Berlin-Kreuzberg bekommen. Und wir sind zehn Leute gewesen, die sich so ausgesucht haben und wir leben alle noch gemeinsam da. Wir haben das Haus saniert und das ist mein Dorf, das ist meine Heimat und ich bin auch mit diesen Menschen alt geworden. Und die Idee war damals dahinter, wenn man älter wird, sich gegenseitig zu unterstützen und sich, ja, und jetzt passiert das natürlich. Jetzt sind die Enkelkinder, wohnen schon welche drin von manchen, weil die gestorben sind. Also einer aus unserer Gruppe ist schon gestorben, aber so, dass auch Kinder wieder ins Haus gekommen sind. Und, ja, und das ist so ein schönes Modell irgendwie. Wir machen alles gemeinsam so, jeder, wie er es will. Das ist klösterlich. Ja, und das ist wunderbar. Das klingt, was haben Sie gesagt? Das klingt fast klösterlich. Wir sind ja auch so ein Mehrgenerationenhaufen. Ja, und das ist irgendwie wunderbar. Und das hat auch was für mich mit Dankbarkeit. Wenn ich all das drauf führe, das ist ganz wichtig, drauf zu schauen und denken, meine Güte, nicht, also jeder kennt die Abgründe, jeder kennt die Verzweiflung und alles sowas. Aber ich finde, immer wieder drauf zu schauen, also den Sachen auch eigentlich die richtige Dimension zu geben oder es mal wieder ein bisschen flacher zu halten, als wie man es manchmal macht und so. Das ist immer ganz wichtig. Also so eine Dankbarkeit für das zu entwickeln. Ja, und dass es immer irgendwie Momente gibt und den Menschen irgendwie, denen es ganz schlecht geht oder sehr so am Rande stehen. Aber man darf bei alledem nicht vergessen, irgendwie auch dieses Moment des Glücks auch zu spüren. Und das darf man, also das muss man üben und das darf auch nicht vergehen, weil das Glück ist eh etwas Kleines. Das ist nicht das Lottogewinn oder das ist nicht irgendwie was, sondern das kann der Sonnenstrahl sein, der mein Zimmer durchwandert. Das kann, das ist im Alltag allgegenwärtig. Ich muss nur lernen, es zu sehen. Ja, sehr gut. Ist das, ist genau das, und ich glaube, da können wir alle gar nicht mehr viel draufsetzen, ist genau das für Sie auch der Schlüssel zum Glück? Ja, und dass ich der Schlüssel bin. In mir liegt der Schlüssel. Und ich habe so eine Schatztruhe in mir, jeder Mensch. Also ich rede so, und da müssen die Leute ran. Die müssen irgendwie mal reingehen und vielleicht ist am Anfang oben vielleicht ein bisschen so etwas, was man nicht so gerne sieht, aber da drunter. Und wenn man immer tiefer geht, da sind Schätze. Irgendwie jeder hat das. Jeder. Der Schlüssel zum Glück. Danke an Sie, danke an unsere Gäste. Und zum Schluss machen wir Ihnen jetzt auch nochmal eine kleine Freude hier am Ende des Nachtcafés. Wir tanzen. Können Sie gerne, genau. Als hätte es erraten. Wir beenden nämlich diese Sendung nicht mit dem Nachtcafésong, sondern mit Ihrem aktuellen Lieblingstitel. Wir sehen uns wieder in einer Woche. Ja, was eigentlich loslässt, aber jetzt erst mal. Ja, legen Sie los! Ja, bitte! Ich möchte beide Nachtcafés! Ja, bitte, meine Herren! Bitte! Untertitelung des ZDF für funk, 2017